Die negativen Auswirkungen des Bevölkerungswachstums werden auf das Schrecklichste sichtbar. Erben riesiger Ölvermögen schlossen sich dem Disinvest an. In einer hochsymbolischen Geste wird die Rockefeller-Familie ihre Anteile an Firmen mit fossilen Energieträgern abstoßen. Ein Niedergang der Ölpreise brachte Saudi-Arabien dazu, seine Abhängigkeit zu überdenken. Wir müssen unseren Hunger nach CO2-intensiven Produkten und Dienstleistungen verringern. Aber leider bringt das eine große Debatte mit sich. Offensichtlich machen die Rockefellers diesen Schritt aus Umweltgründen, aber auch im Sinne ihrer Investitionen, auch aus geschäftlichen Gründen. Man kann nicht einfach weitermachen wie jetzt. Es gibt diesen Preis für Kohlenstoff in der Zukunft. Was sehen Sie als die größte Herausforderung in der Bewahrung der Umwelt? Die wachsende menschliche Bevölkerung? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine neue internationale Ordnung, die auf Öl basierte. Und am Ende des 20. Jahrhunderts war diese Ordnung fest etabliert. Heizung, Transport, industrielle Energie, Plastikproduktion, Pharmazie. Es gibt keinen Aspekt des modernen Lebens, der nicht auf die ein oder andere Art vom Öl abhängt. Aber die Herrscher dieser Oligarchie, die Rockefellers mit Standard Oil, das britische Königshaus bei BP, die holländischen Könige und die Rothschilds mit Royal Dutch Shell, sie waren nicht zufrieden mit der rein finanziellen Herrschaft. Die Macht, die durch das Quasimonopol bei der wichtigsten Ware dieser Welt existierte, war gigantisch. Und sie hatten keine Skrupel, diese Macht zu nutzen, um die Welt nach ihrem Bilde umzugestalten. Wie wir ihn, wie das große Öl die Welt eroberte, sahen, war der Einfluss der Oligarchen atemberaubend. Vom Bildungssystem zum medizinischen Berufsbild, von der Grünen-Revolution zur Gen-Revolution, vom Weltkrieg zum Golfkrieg. Das Ölgeld wurde benutzt, um fast jeden Aspekt unserer Welt zu formen. Seit der Einführung des Petrodollars in den 70ern beruht sogar das internationale Finanzsystem auf Öl. Aber heute, im 21. Jahrhundert, scheint es, als ob die alte Ölordnung schließlich zum Ende kommt. Wir sehen einen neuen Meilenstein in der wachsenden Kampagne für Disinvestment der Gas-, Öl- und Co.-Konzerne, die den Klimawandel anheizen. May Bühwe, Geschäftsführerin von 350 Org, machte diese Mitteilung direkt vor unserer Übertragung. Heute geben wir bekannt, dass seit dem heutigen Tage die gesamten Disinvestitionsversprechen die 3,4 Billionen Dollar Marke überschritten haben. Das ist ein Fondsvolumen von 3,4 Billionen, das dem Markt für fossile Brennstoffe entzogen wurde. Im Öl- und Gassektor erkennen wir, dass unsere Aktivitäten und Produkte zu einer Erhöhung der Treibhausgasemissionen beitragen. Deshalb wurde die OGCI gegründet. Was als Bewegung auf den Campussen der US-Colleges begonnen hatte, erreichte die Wolkenkratzer der Hochfinanz. Weltweit haben fast 200 Institutionen und tausende von Individuen ein Kapital von zusammen 50 Milliarden Dollar aus fossilen Brennstoffen gezogen. Wenn wir unser Geld in erneuerbare Energiequellen wie Solarzellen stecken würden, könnte die Welt ein besserer Ort sein. Die Massen, die die Oligarchen und ihren zerstörerischen Einfluss auf den Planeten erkannt haben, sehen Big Oil schwinden und haben angefangen zu feiern. Für sie symbolisiert das Versprechen einer kohlefreien Zukunft das Ende der Oligarchie. Was vielen aber nicht klar ist, ist, dass es bei der Ölordnung nie um Öl ging. Die Oligarchen interessieren sich nicht für Öl. Sie interessieren sich für Kontrolle. Und sie sind es, die lange ihre finanzielle Abhängigkeit von dem Produkt, das ihnen Macht und Reichtum gebracht hat, hinter sich gelassen haben und an der Spitze der Anstrengungen für eine kohlefreie Ära stehen. Jetzt streben die Oligarchen an, eine neue internationale Ordnung voranzutreiben. Eine, in welcher ihre Herrschaft gefestigt, ihr Plan vollendet, ihre Macht unstrittig ist. Eine, in welcher jeder Aspekt menschlichen Lebens von Energie über Geld bis zum Genom selbst genau geordnet und technologisch kontrolliert ist. Dies ist die Geschichte der wahren Ziele der Oligarchen und wie sie planen, sie zu erreichen. Warum Big Oil die Welt erobert hat. Der Aufstieg der Eugenik Dakar, 1963 Es ist ein Tag wie fast jeder andere in Dakar. Die Straßen sind überfüllt und dreckig, stinken und sind voller Elend. Es wimmelt nur so von Menschen. Sie liegen in den Straßen und zusammengerollt in der Gosse. In dieses Gewimmel tritt eine höchst unerwartete Gestalt. Der Mann, in seinem bügelfreien Anzug seinen Aktenkoffer an sich drückend, sticht aus der Menschenmenge hervor. Er begutachtet die Szene und schüttelt leicht den Kopf, dann merkt er an, halb zu sich selbst, halb zu seinem Reisebegleiter. Das ist doch das Problem, nicht wahr? Es ist eine Szene, wie sie sich viele Male zugetragen hat. Ein Tourist aus dem Westen ist überwältigt von den betriebsamen Menschenmassen des indischen Subkontinents. Aber es war nicht bloß ein Tourist, der sich in den Ferien die Zeit vertrieb. Es war John D. Rockefeller III., Enkel des Ölbarons John D. Rockefeller. Und ausgerüstet, mit unvorstellbarem Reichtum, Macht und Einfluss, beschert durch seinen Familiennamen, war er auf einer Mission, um etwas gegen die Überbevölkerung zu tun. Rockefeller nahm diese Mission als Vertreter des Population Council in Angriff, einer Gruppe, die er selbst 1952 gegründet hatte, um das Problem in Dakar und an anderen Orten zu adressieren. Nach außen hin war das Population Council eine Organisation mit einem einfachen Ziel. Die Unterstützung von Medizin und Forschung in den Fragen des Bevölkerungswachstums. Aber die dunkle Geschichte des Councils und ihre leitende Philosophie offenbarten Rockefellers wahres Interesse an diesem Problem und dessen ultimativer Lösung. John D. Rockefeller III. oder JDR III., als der er den Forschern, Geschäftsleuten, Politikern, Diplomaten und Mitgliedern der königlichen Familien bekannt war, fasste früh einen Entschluss, wie er das ihm zur Verfügung stehende Geld und seine Macht angemessen nutzen konnte, zur Kontrolle der Einwohnerzahl des Planeten. 1934 schrieb der damals 28-jährige JDR III. einen Brief an seinen Vater, John D. Rockefeller Jr., betreffend die Forschung zur Geburtenkontrolle und Verwandterfragen der Rockefeller Foundation. Ich bin ziemlich eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass dies das Gebiet ist, für das ich zumindest momentan meine Mittel einsetzen möchte. JDR III. stand zu seinem Wort. Nachdem er eine Aufklärungsreise nach Asien in Auftrag gegeben hatte, um eine Darstellung der Bedrohung durch die wachsende Bevölkerung der Drittweltländer zu erhalten, organisierte er eine Konferenz mit den besten Forschern jener Zeit im Bereich der medizinischen und demografischen Fragen, um, wie schon in der Titel der Konferenz es benannte, die Bevölkerungsproblematik zu diskutieren. Aus der Konferenz entstand die Idee einer Organisation zur Lenkung und Entwicklung des aufkeimenden Fels der Bevölkerungskontrolle, das Population Council. JDR selbst spendete 1,35 Millionen Dollar seines Privatvermögens, um das Population zu gründen. Wie schon lange sein Vater und Großvater vor ihm, hatte Rockefeller gelernt, Philanthropie und Freigiebigkeit zu nutzen, um sein wahres Motiv zu verbergen, Kontrolle. Aber die Maske verrutschte, als er den Satzungsentwurf des Population Council verfasste, der den wahren Zweck der Organisation enthüllte. Das Council förderte laut JDR3 Forschung sowie die Anwendung existierenden Wissens, um dabei zu helfen, solcherlei Änderungen in Einstellungen und Gewohnheiten der Menschen zu entwickeln, so dass in jeder sozialen und ökonomischen Schicht jene Eltern tendenziell größere Familien haben würden, die überdurchschnittlich intelligent, warmherzig und von gutem Charakter sind. Thomas Perrin, der ehemalige Leiter der US-Gesundheitsbehörde und Mitbegründer des Councils, warnte, ein solch unverblümtes Eingeständnis in das Leitbild des Councils aufzunehmen. Fragen, wie die folgenden könnten aufkommen, warnte er. Wer legt fest, welche Eltern überdurchschnittlich warmherzig sind? Und wer entscheidet, welche Person einen besonders guten Charakter hat? Um ehrlich zu sein, könnten die Implikationen, und ich weiß, dass eine eugenische Implikation beabsichtigt war, leicht als Nazi-Herrenrassen-Philosophie missverstanden werden. Deshalb habe ich den Paragrafen überarbeitet. Die Zeile wurde aus der finalen Version der Satzung gestrichen. In Wahrheit allerdings waren diese Zeilen nicht von JDR3 selbst geschrieben worden. Stattdessen waren sie Wort für Wort von der Rückseite der Eugenical News, der zentralen Publikation der amerikanischen Eugenic-Bewegung, übernommen worden. Dies war nicht bloßer Zufall. Frederick Osborne, einer der Mitbegründer des Councils und dessen erster Präsident, nachdem Rockefeller 1957 zurückgetreten war, war auch der Präsident der American Eugenic Society. Als das Population Council gegründet wurde, verlegten sowohl Osborne als auch die American Eugenic Society, die er leitete, ihre Geschäfte formal in die New Yorker Geschäftsstelle des Councils. Nun, da die Eugenic Society ihre Finanzierung direkt über das Council erhielt, war das Population Council die Eugenic Society nur unter anderem Namen. Eugenic, das war die leitende Vision von JDR3 und der Philanthropie der Rockefeller-Familie, eine Vision, die die Rockefeller-Familie und ihre Mitoligarchen zum überlegenen Geschlecht machte, dafür vorgesehen, aufgrund ihres Reichtums und Erfolgs die Welt zu lenken und ihnen Macht gab, zu bestimmen, wer gebären durfte und wer zu arm war, seine Gene weiterzugeben. Eugenic ist im Grunde eine Bewegung innerhalb der Eliten, um das, was sie als minderwertige Gruppen ansehen, auszurotten. Und das meint minderwertige soziale Gruppen, Rassen und ethnische Gruppen. Mehr oder weniger jeder, der nicht ihren Standards genügt. Und was sie nach dem Auslöschen dieser Gruppen versuchen zu tun, ist, sich selbst genetisch so stark zu modifizieren, dass die übrig gebliebene Bevölkerung, der sie erlauben, unter ihrer Herrschaft zu existieren, niemals die Stärke haben wird, sie zu stürzen. Im Grunde das Ende der menschlichen Geschichte. Der Begriff selbst wurde von Gelten geprägt und meint im Grunde gut geboren. Die Idee ist eine Art Mischung aus einiger Ideen, die um die 1850er herum im Umlauf waren. Wenn man zum Beispiel zu Mendel zurückgeht. Mendel untersuchte vererbbare Eigenschaften in Erbsenpflanzen. Er konnte feststellen, dass bestimmte Eigenschaften weitergegeben wurden und dass diese Dinge ermittelt und sogar vorhergesagt werden konnten. Und etwa zur gleichen Zeit gab es Spencer, der über das Überleben des Stärkeren, Survival of the Fittest, sprach. Die gleichen Ideen, die gleichen Gedankengänge ziehen sich hindurch. Dass genetische Eigenschaften existieren, die eines Spezies, eine Pflanze oder ein Tier stärker und überlebensfähiger machen würden als andere. Natürlich gab es auch Darwin. Darwins Arbeit zu dieser Zeit über die Entstehung der Arten entschlüsselt quasi den Prozess, durch den genetisches Material weitergegeben wird und durch den Evolution geschieht. Galton also nahm im Grunde alle diese Ideen. Er war dafür bekannt zu beobachten und Muster zu identifizieren. Und was er quasi tat, war, dass er die Idee entwickelte, dass sie durch Studieren der menschlichen Charakteristiken, wenn sie das wollten, bessere Menschen züchten könnten. Besessen von Rasse, Zucht und Familienvererbung glaubten die Eugeniker, dass es nicht nur physische Merkmale wie Gewicht oder Größe waren, die durch die Familienlinie bestimmt waren, sondern auch soziale Charakteristiken wie Intelligenz oder Gewissenhaftigkeit oder sogar Kriminalität. Bist du arm, dann weil du aus armen Verhältnissen stammst. Bist du kriminell, dann weil deine Familienlinie kriminell ist. Und bist du ein Rockefeller, Rothschild oder königlicher Abstärmung, dann bist du reich und erfolgreich, weil deine Familie für Reichtum und Erfolg bestimmt ist. Das pseudowissenschaftliche Gewand der Eugenik-Philosophie des 19. Jahrhunderts mag neu gewesen sein, doch die Idee dahinter ist so alt wie die menschliche Zivilisation selbst. Menschen wurden immer in dem Glauben gehalten, dass ihre Herrscher außergewöhnlich waren, eine besondere Klasse, Mitglieder einer Familie, die dazu bestimmt war, über die Massen zu herrschen. Ob es wahrhaftige Nachkommen der Götter wie die Pharaonen im alten Ägypten oder die Kaiser Japans waren oder Mitglieder eines besonderen Geschlechts, von Gott erwählt, um über ihre Königreiche zu herrschen, wie die Monarchen Europas, das Recht zu herrschen wurde den Familienstammbaum entlang weitergegeben. Die einfachen Leute kannten unterdessen ihren Platz. Da sie kein blaues Blut hatten, kamen sie als Sklaven auf die Welt, beackerten das Land für den Adel und bekamen, falls sie Glück hatten, selbst Kinder, um den Kreislauf für weitere Generationen zu wiederholen. Doch der Zusammenbruch des mittelalterlichen Feudalismus brachte eine neu reiche Klasse von Kaufleuten hervor. Die Entwicklung der wissenschaftlichen Methode stellte Jahrhunderte des religiösen Dogmas in Frage. Die Verbreitung der Aufklärung führte zum Sturz der Monarchen und dem Aufstieg der Demokratie. Und die industrielle Revolution bereitete den Weg für den Aufstieg skrupelloser Kapitalisten und der Entstehung gigantischer neuer Familienvermögen. Als sich die Macht der Oligarchen in Amerika und Europa am Ende des 19. Jahrhunderts zu festigen begann, musste eine neue Rechtfertigung für elitäre Herrschaft über die Gesellschaft her. Eine, die die veraltete Berufung auf eine übernatürliche Ordnung verwarf und auf dem Fundament der Wissenschaft zu stehen schien. Eine Idee, die erklären konnte, wie neureiche Emporkömmlinge wie die Rockefellers und Rothschild an der Seite der alten königlichen Dynastien Europas eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft erlangen konnten. Eugenik war die perfekte Antwort. Es lag ihnen in den Genen. Ich denke, diese Idee der Eugenik, die durch Survival of the Fittest entstand, gibt fast einen wissenschaftlichen Vorwand für die unmenschlichsten, entsetzlichsten Taten, die jemals von Menschen auf den Weg gebracht und in die Tat umgesetzt wurden. Die Idee, Menschen zu kontrollieren, indem er die Fortpflanzung und die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, den Zugriff auf Sexualpartner etc. kontrolliert, ist viele tausend Jahre alt. Eugenik setzte sich im späten 18. Jahrhundert auf starke Weise durch. Da gab es Leute wie die Darwins, die Wedgwoods und die Huxleys, insbesondere Thomas H. Huxley, der als Darwins Bulldogge bekannt war. Die Ideen der Eugenik entwickelten Ende des 18. Jahrhunderts wirklich ein Eigenleben und mit dem frühen 19. Jahrhundert wurden diese Ideen von den gleichen skrupellosen Kapitalistenfamilien begrüßt, die vom Bankennetzwerk der Rothschilds finanziert wurden. Und ebenso von der Fabian Socialist Society, deren Akteure gleichzeitig hohe Tiere im britischen Empire waren. In den 1920er und 30er Jahren kam dies dann durch Zwangssterilisationskampagnen zum Ausdruck. Wenn sie dachten, dass du einen niedrigen IQ hast oder eine Erbkrankheit, die weitergegeben werden würde, dann hattest du nicht das Recht zu heiraten und Kinder zu haben. Eugenik war, selbstverständlich, eine Pseudowissenschaft. Als Galton und seine Reisegefährten ihre Theorie zu entwickeln begannen, war die Entdeckung der wirklichen Vererbungsmechanismen inklusive Gene und DNA noch fast 100 Jahre entfernt. Stattdessen benutzten sie allerwelts Worte ohne Definition wie Schwachsinn als Diagnose für Armut oder Kriminalität, hervorgerufen durch, wie sie behaupteten, mangelhaftes Keimplasma. Sie versuchten durch Phrenologie zu bestimmen, wie sich Alkoholismus oder niedrige Intelligenz physisch äußern. Selbst die berühmtesten Werke der Eugenik-Ära, wie Henry Goddards Studie über die Familie Kalikak, wurde entschieden abgelehnt und sogar von ihren Autoren verleugnet. Es ist 100% pseudowissenschaftlich. Die Charakteristiken, die sie suchten, waren völlig willkürlich. So etwas wie Schwachsinn ist nicht nur unwissenschaftlich, es kann im Grunde beliebig von der beobachtenden Person beschrieben werden, gerade so, wie sie es will. Schwachsinnig könnte also meinen, dass du vielleicht stotterst, dann bist du vielleicht schwachsinnig. Oder du bist schüchtern, dann bist du schwachsinnig. Vielleicht mögen sie einfach nicht, wie du dich verhältst, dann bist du schwachsinnig. Doch die Idee war ansteckend. Wie die meiste verlockende Pseudowissenschaft erklärte sie so viel mit so wenig Aufwand. Es sprach die Eitelkeit der Forscher an, die meist selbst aus reichen, erfolgreichen Familien stammten, und es lieferte einen Vorwand für Social Engineering in einem Ausmaß, das man sich vorher nicht hätte vorstellen können. Als die Eugenik den Atlantik überquerte, sich von der rauen englischen Landschaft Galtons und Kollegen ausbreiten, bis zu den steinigen Küsten Amerikas, traf sie junge Forscher wie Charles Davenport mit ganzer Kraft. Davenports, autoritärer Vater, ein in Harvard ausgebildeter Zoologe, der in einer strengen puritanischen Familie Neuenglands aufwuchs, war besessen von Ahnenforschung. Er verfolgte seinen Stammbaum zurück bis ins Jahr 1086 zu seinen angelsächsischen Vorfahren. Als der jüngere Davenport während seiner Arbeit in einem Biolabor auf Long Island Galtons Schriften entdeckte, fand er seine Bestimmung. Später sagte er der American Breeders Association, die ein wichtiger Verbündeter in seiner Eugenik-Agenda wurde, Die Gesellschaft muss sich schützen. So wie sie das Recht in Anspruch nimmt, einem Mörder das Leben zu nehmen, so darf sie auch die scheußliche Schlange aus hoffnungslos-teuflischem Protoplasma vernichten. Mit dem bekehrenden Eifer eines religiösen Konvertiten heckte Davenport eine ehrgeizige Idee aus, um die eugenische Agenda voranzutreiben. Die Schaffung eines Eugenics Record Office, um den genetischen Hintergrund jedes einzelnen Mannes, jeder Frau und jedes Kindes in Amerika und schließlich der ganzen Welt, aufzuzeichnen, so dass jede Person nach ihren familiären Abstammungen kategorisiert und mit einer genetischen Bewertung versehen werden konnte. Nach der Fertigstellung konnten diejenigen mit dem geringsten eugenischen Wert aus dem Genpool eliminiert werden. Die Idee der Eugenik kommt also nach Amerika und landet im Schoß von Charles Davenport, der sich an das Carnegie-Institut wendet, um eine Finanzierung zu erhalten. Und am Cold Spring Harbor Laboratory wird an ein Institut zur Erforschung der Eugenik eingerichtet, das sich schliesslich mit etwas Geld von Harriman zum Eugenics Records Office entwickelt. Zwischen diesem anfänglichen Institut, das in Cold Spring Harbor eingerichtet wurde, und dem Eugenics Record Office, das ebenfalls angegliedert wurde, geht es also um Millionen und Abermillionen von Dollars, die bereitgestellt wurden, um das minderwertige Keimplasma, so wird es oft beschrieben, zu erforschen und zu finden. Der anfängliche Beitrag der Rockefeller Foundation zum Eugenics Record Office von nur 21.650 Dollar war eine kleine Summe. Aber sie kam mit offensichtlichen Vorteilen. Nicht nur die institutionelle Infrastruktur und das Personal der Foundation, sowie das Ansehen des Namens der Rockefellers, sondern auch das Versprechen auf weitere Unterstützung mit voranschreitender Arbeiten. Und wie üblich standen die Rockefellers zu ihrem Wort. Forscher der Rockefeller Foundation wie William Welch, der Gründungsdirektor des Instituts für Medical Research, saßen im Vorstand der ERO und halfen bei der Lenkung ihrer Aktivitäten. Die Rockefellers stellten auch Gelder für spezielle Forschungen zur Verfügung, wie zum Beispiel einen Zuschuss von 10.000 Dollar, um im New Yorker Nassau County eugenisch untaugliche Menschen zu untersuchen. Und es wurden andere Organisationen gegründet, wie das Büro of Social Hygiene, das Forschung mit Davenports Labor austauschte. John D. Rockefeller Jr. zeigte von Anfang an Interesse an Davenports Arbeit. Die beiden unterhielten regelmäßige Korrespondenz zu einer Vielzahl von eugenischen Themen. Als im Januar 1912 der Plan geschmiedet wurde, geistig minderbemittelte weibliche Sträflinge einzuweisen, um sie davon abzuhalten, Kinder zu bekommen, schrieb der junge Rockefeller-Erbe an Davenport, um seine Gedanken zu diesem Vorhaben zu erklären. Dieser Plan erscheint mir immens wichtig. Er zeigt einen wissenschaftlichen Weg auf, um dem Übel zu entgehen, das unsere Gerichte beheben sollen, in Wahrheit aber nur verschlimmern. Nachdem Davenport antwortete, dass der Plan nun funktionieren würde, wenn er eine eugenische Untersuchung der Sträflinge beinhaltete, steuerte Junior 200.000 Dollar bei, um ein entsprechendes Institut zu gründen. Das Institut für Kriminologie in New York wurde von Rockefellers eigenen Büro of Social Hygiene verwaltet und mit Mitarbeitern besetzt, die im Eugenics Record Office ausgebildet worden waren. Durch die Unterstützung Amerikas reicher und mächtiger befeuert verwandelte sich das Feld der Eugenik vom bizarren Steckenpferd einiger verrückter Wissenschaftler in das soziale Anliegen einer ganzen Generation. Ökonomen, Politiker, Autoren, Aktivisten. In den 1920er Jahren betonte jeder, der etwas auf sich hielt, die Notwendigkeit, das Keimplasma der minderwertigen Menschen auszurotten. Mary Stobes, die gefeierte Pionierin der Familienplanung, die 1921 in London die erste Klinik für Geburtenkontrolle in Großbritannien gründete, wetterte gegen Massen von Missgeburten und forderte die Zwangssterilisation derjenigen, die sie für untauglich zur Elternschaft hielt. Tommy Douglas, heute in Kanada als Held für seine Rolle bei der Gründung des Gesundheitssystems gefeiert, reichte an der University eine Masterarbeit ein, in der er dafür eintrat, dass abnormale Defekte und Schwachköpfe, wie solche mit niedrigem IQ oder körperlichen Anomalien, auf einer staatlichen Farm oder in einer Kolonie isoliert werden sollten, wo Entscheidungen von einem kompetenten Aufseher für sie getroffen werden könnten. Und er forderte die Regierung auf, geistige und körperliche Eignung zu bescheinigen, um die Untauglichen von der Fortpflanzung abzuhalten. Keynes, der Ökonom, 1937 bis 1944, selbst Präsident der britischen Eugenic Society. Alexander Graham Bell wird noch immer als Erfinder des Telefons verehrt, war aber tatsächlich ein früher Unterstützer von Charles Davenporton, ein Gründungsmitglied des wissenschaftlichen Direktoriums des Eugenic Records Office. Er setzte sich offen für die Ausrottung der Taubenrasse ein. Regierungen sollten taube Menschen daran hindern, zu heiraten. Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Dramatiker und Autor George Bernard Shaw plädierte für die Einrichtung eines staatlichen Gremiums, von dem jeder seine Existenz rechtfertigen muss. Wenn sie das nicht konnten, sollten diese Menschen, so meinte Shaw, vom Staat getötet werden. Mit der Finanzierung und Förderung durch Stiftungen sickerte diese eugenische Denkweise schließlich durch in die allgemeine Kultur. Die amerikanische Eugenic Society sponserte taugliche Familienwettbewerbe auf Jahrmärkten und verliere Preise an Familien, die bei eugenischen Gesundheitstests am besten abschnitten. Sie förderten auch Wettbewerbe, bei denen Preise an Geistliche vergeben wurden, die die Botschaft der Eugenic in ihre Predigten einbauten. Die Eugenic fand sogar ihren Weg auf die Leinwand. Wir hielten es für notwendig, den Fall ihrer Familie der staatlich-medizinischen Kommission vorzulegen und nach einer Untersuchung entschied die, dass es nötig sei, ihre gesamte Familie sterilisieren zu lassen. Warum? Was ist das? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Wissen Sie, wir haben Ihre Familiengeschichte untersucht, Alice, und die meisten der letzten drei Generationen waren schwachsinnig von Geburt an Krüppel oder gewohnheitsmäßige Säufer. Anstatt sich zu bessern, wird jede Generation mehr zum Problem. Jetzt gibt es in diesem Bundesstaat ein Gesetz, das vorsieht, dass solche Leute operiert werden, damit sie keine Kinder mehr bekommen. Ich verstehe. Doch die Idee, bloß populär zu machen, war nicht das Ziel der Eugeniker. Sie wollten Taten sehen. Und in diesem Fall meinte das konkrete Schritte zur Eliminierung des mangelhaften Keimplasmas aus der Bevölkerung. Dabei war die staatlich angeordnete Ermordung derjenigen, die als untauglich eingestuft wurden, immer eine denkbare Möglichkeit. Und es waren nicht nur Dramatiker wie Bernard Shaw, die für staatliche Tötungsaktionen eintraten. Eugeniker aller Couleur diskutierten und debattierten die Idee, der Ermordung von Degenerierten als schnellsten Weg, ihre Ziele zu erreichen. Falscher Respekt vor den vermeintlich göttlichen Gesetzen und ein sentimentaler Glaube an die Heiligkeit des Lebens verhindern sowohl die Beseitigung mangelhafter Säuglinge als auch die Sterilisation von Erwachsenen, die keinen Wert für die Gemeinschaft haben. Die Naturgesetze verlangen die Auslöschung des untauglichen und menschliches Leben ist nur dann wertvoll, wenn es der Gemeinschaft oder der Rasse von Nutzen ist. Madison Grant, Direktor der American Eugenic Society 1915. Aber die Mainstream-Eugeniker erkannten, dass dieser Ansatz im politischen und rechtlichen Rahmen der damaligen Zeit nicht umsetzbar war. Henry Goddard bemerkte in seiner berüchtigten Studie über die Familie Kallikag. Für den minderwertigen Idioten, den abscheulichen Unseligen, der in unseren Anstalten gesehen werden kann, haben einige die Todeskammer vorgeschlagen. Aber die Menschheit wendet sich immer mehr von dieser Möglichkeit ab und es ist wenig wahrscheinlich, dass sie jemals praktiziert werden wird. Stattdessen müssten sie sich anderen Optionen zuwenden, die politisch akzeptableren Lösungen, um die Unerwünschten von der Fortpflanzung abzuhalten. Zwangssterilisation. Indiana verabschiedete 1907 das erste eugenische Sterilisationsgesetz Amerikas und innerhalb weniger Jahre gab es ein Dutzend Staaten, in denen Menschen, die als untauglich galten, gegen ihren Willen legal sterilisiert wurden. Doch das war immer noch nicht genug für die Eugeniker. Der Ansatz war zu punktuell. Für ein paar tausend Sterilisationen hatten unter diesen Gesetzen stattgefunden und Indianas eigenes Zwangssterilisationsgesetz wurde 1921 vom obersten Gerichtshof gekippt. Wieder einmal schaltete sich Harry Laughlin, Davenports rechter Hand im von Rockefeller finanzierten Office ein, um das Problem zu lösen. Er entwarf 1922 ein Modellgesetz zur eugenischen Desterilisation, das die Grundlage für das Sterilisationsgesetz von Virginia von 1924 wurde. Um die Probleme direkt anzugehen, beschlossen die Eugeniker, die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes selbst anzufechten und den Prozess bis zum obersten Gerichtshof zu führen. Alles, was sie brauchten, war der richtige Präzedenzfall, um ihn vor Gericht zu bringen. Und sie fanden diesen Fall in Carrie Buck, einer 18-jährigen Schutzbefohlen der Virginia State Colony für Epileptiker und Schwachsinnige, die weder Epileptikerin noch schwachsinnig war. Aber fangen Sie in den 1920ern mit Carrie Buck an. Sie ist eine junge Frau, die in Charlottesville, Virginia von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wird. Zu der Zeit glaubte man, dass es häufig besser sei, arme Kinder ihren Eltern wegzunehmen und sie in mittelständische Familien zu geben. Also wurde sie in eine Pflegefamilie gegeben, die sie schlecht behandelte. Sie durfte die Eltern nicht Mutter und Vater nennen, sie musste den Haushalt machen und wurde an die Nachbarn verliehen. Und dann eines Sommers wurde sie vom Neffen ihrer Pflegemutter vergewaltigt. Sie wird dann unehelich schwanger. Und statt ihr mit der Schwangerschaft zu helfen, entscheiden sie sich, sie für Epileptischen schwachsinnig erklären zu lassen, obwohl sie nichts davon war. Sie wurde in die Kolonie für Epileptiker und Schwachsinnige in Virginia geschickt. Und was geschah dort mit ihr? Sie kommt dort genau zur falschen Zeit an. Virginia hat gerade ein eurgenisches Sterilisationsgesetz verabschiedet und sie wollen es vor Gericht überprüfen. Also greifen sie auf Carrie Buck als perfekte Kandidatin in diesem Prozess zurück. Sie beschließen sie zur ersten Person in Virginia zu machen, die eugenisch sterilisiert wird. Und plötzlich ist sie mitten in einem Fall, der bis zum obersten Gerichtshof geht. Der Fall war ein Schwindel, der nur ausgeheckt wurde, um den obersten Gerichtshof dazu bringen, das Thema abzusegnen. Bucks unabhängiger Anwalt war in Wirklichkeit Irving Whitehead, einer der Gründungsdirektoren der Kolonie, der sich für ihre Sterilisation einsetzte und der Mann, der den Direktor ernannte, der sich ebenfalls für ihre Sterilisation aussprach. Bucks selbst war nicht schwachsinnig, auch nicht ihre Mutter und auch nicht ihre Tochter Vivian Buck, die Carrie als Folge der Vergewaltigung zur Welt brachte und die als Baby für schwachsinnig erklärt wurde, weil, wie eine Sozialarbeiterin während des Prozesses aussagte, einen Blick habe, der nicht ganz normal war. Sie könnte nicht genau sagen, was. Keiner dieser Umstände spielte für den obersten Gerichtshof eine Rolle. Unter dem Vorsitz des ehemaligen Präsidenten und obersten Richters stimmte das Gericht mit 8 zu 1 Stimmen für die Aufrechterhaltung der Zwangssterilisation von Buck und die Verwassungsmäßigkeit des Sterilisationsgesetzes. Verfasst wurde die Entscheidung von einem der berühmtesten Richter in der Geschichte des Gerichts, Oliver Wendell Holmes Jr., selbst ein Eugeniker aus der traditionsreichen Ostküsten-Niederlassung der sogenannten Boston-Brahmin-Sekte. In seiner Entscheidung rechtfertigte Holmes die Zwangssterilisation von Menschen wie Buck, indem er sich auf das Recht der Regierung berief, ihre Bürger gegen deren Willen zu impfen. Es ist besser für die ganze Welt, wenn die Gesellschaft, anstatt darauf zu warten, degenerierte Nachkommen wegen ihrer Verbrechen hinzurichten oder sie wegen ihrer Schwachsinnigkeit verhungern zu lassen, diejenigen, die offensichtlich untauglich sind, an der Weiterführung ihrer Gattung hindern kann. Der Grundsatz, der die Impfpflicht stützt, ist breit genug, um das Durchtrennen der Eileiter abzudecken, erklärte er, bevor er niederträchtig schloss, drei Generationen von Schwachköpfen sind genug. Und damit war der Damm gebrochen. Neue Gesetze wurden erlassen und alte überarbeitet, um der Entscheidung des obersten Gerichtshofs gerecht zu werden. Zwangssterilisationen, die vorher still und heimlich stattfanden, wurden nun mit Stolz vermeldet. Aus ein paar Tausend gegen ihren Willen sterilisierten Menschen wurden Zehntausende. Die Ära der Eugenik, die durch das immense Vermögen der Rockefellers und ihresgleichen ins Rollen gebracht wurde, war gekommen. Und mit Hilfe eines sehr bedeutsamen Vorstoßes der Rockefellers war sie im Begriff, sich auf der gesamten Welt zu verbreiten. Beginnend im November 1922 und immer mehr während der 1920er Jahre starteten die Rockefeller Foundation eine Reihe von Stipendien für deutsche Wissenschaftler. Diese Stipendien, die in heutigem Geld Millionen von Dollars entsprechen, transformierten das deutsche Forschungswesen, das im Zuge des Ersten Weltkriegs zugrunde gerichtet worden war. Das Geld der Foundation floss in die Kassen der Kaiser-Willem-Institute, einer Reihe wissenschaftlicher Einrichtungen, zu denen ein Institut für Psychiatrie und ein Institut für Anthropologie, menschliche Vererbung und Eugenik gehörten. Einer der Hauptnutznießer dieser Gunst der Rockefellers war Ernst Rüdin, ein leitender Forscher am Kaiser-Willem-Institut für Psychiatrie und ein wichtiger Mitgestalter des deutschen Eugenikprogramms im Dritten Reich. Rüdin war Mitherausgeber der amtlichen Vorschriften und des Kommentars zum Gesetz zur Vermeidung erbkranken Nachwuchses, das am 14. Juli 1933, weniger als sechs Monate nach Hitlers Ernennung zum Interimskanzler durch Reichspräsident Paul von Hindenburg, verabschiedet wurde. Dieses Gesetz, wie auch das Gesetz aus Virginia, das zur Sterilisation von Carrie Buck und zehntausenden anderen Amerikanern führte, wurde nach dem Vorbild von Harry Lovelins Gesetz zur eugenischen Sterilisation entworfen. Es wurden genetische Gesundheitsgerichte gebildet, die die Sterilisation von Mangelhaften in acht verschiedenen Kategorien anordnen konnten. Schwachsinnige, Schizophrene, Manisch-Depressive, Corea-Huntington-Kranke, Epileptiker, Menschen mit erblichen Missbildungen, Blinde und Taube. Alkoholiker, eine neunte Kategorie, sollte optional in die Liste aufgenommen werden, mit Vorsicht vor der Aufnahme von gewöhnlichen Trunkenbeuden. Am Ende des Jahres waren 62.400 Deutsche als vermehrungsuntauglich befunden worden und gegen ihren Willen sterilisiert. 1945 hatte diese Zahl 400.000 erreicht. In den 1940er Jahren sollte sich dieses Eugenikprogramm im Rahmen der Aktion T4 zur Euthanasie ausweiten, was dazu führte, dass über 70.000 Kinder, Senioren und Psychiatriepatienten vom NS-Regime ermordet wurden. Als sich der Staub des Zweiten Weltkriegs legte, wurde der Begriff Eugenik in den Köpfen der Öffentlichkeit zum Synonym für die Nazis. Die Eugeniker waren außer sich und wussten, dass sie ihre Arbeit nicht länger unter dem Namen Eugenik fortsetzen konnten. Aber das hieß nicht, dass es nicht weitergehen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte man also nichts mehr von Eugenik. Wovon man hört, ist Molekular, Biologie und andere umgangssprachliche Ausdrücke, die von der Rockefeller Foundation entwickelt wurden. Die Rockefellers waren eine der Familien, die dabei halfen, Eugenik in Amerika, Großbritannien und Deutschland zu finanzieren und die auch Hitler während dieser Zeit finanziell unterstützten. Es gibt also eine Schnittmenge zwischen den Leuten, die den Völkermord tatsächlich finanzierten, und denen, die Ideen zur Auslese der Bevölkerung, zur Bevölkerungskontrolle und zur Sterilisation von Menschen hatten. Und diese Ideen sind bis heute in der Gesellschaft präsent und durchdringen sie. Wie der Mitbegründer der American Eugenic Society, Fredrick Bosborn, schrieb, eugenische Ziele lassen sich am ehesten unter einem anderen Namen als Eugenik erreichen. So zog er mit der American Eugenic Society in die Büroräume des Population Council von John D. Rockefeller III. und wurde 1957 Präsident. Die Rockefellers und ihre Mitoligarchen hatten sich seit Generationen als Hüter des Planeten gesehen, die ihn vor der Flut der genetisch Minderwertigen schützten. Sie waren nicht im Begriff, diese Mission aufzugeben. Sie würden sie einfach unter einem anderen Namen verpacken. Teil 2. Die Öl-Oligarchen als die Klimaretter Mit all den Erkenntnissen, die wir bei unseren Vorbereitungen für die Stockholmer Konferenz gesammelt haben, einschließlich der Ansichten vieler weltweit führender Wissenschaftler, bin ich davon überzeugt, dass die Schwarzseer ernst genommen werden müssen. Mit anderen Worten, der Weltuntergang ist eine Möglichkeit. Ich bin aber auch überzeugt, dass der Weltuntergang nicht unausweichlich ist. Auf dem Papier wäre es fast unmöglich, einen weniger geeigneten Kandidaten als Patenonkel der modernen Umweltbewegung zu finden als Maurice Strong. Als Schulabbrecher aus einer armen Familie des ländlichen Manitoba, die von der großen Depression hart getroffen wurde, ist Strongs kometenhafter Aufstieg in die Höhen des Reichtums und des politischen Einflusses an sich schon bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist jedoch die schiere Anzahl der Umweltorganisationen, die er gründete. Der Konferenzen, die er leitete, der Kampagnen, die er führte und der Auszeichnungen, die er im Laufe seiner Karriere erhielt. Organisator der Stockholmer Umweltkonferenz, Gründungsdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Generalsekretär des Rio Earth Summit, Gründer des Earth Council und der Erdcharterbewegung, Vorsitzender der World Resources Institute, Kommissar der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung und Vorstandsmitglied, einer verblüffend großen Zahl von Organisationen vom International Institute for Sustainable Development über das Stockholm Environment Institute bis zum African American Institute. Aber das vielleicht bemerkenswerteste an Strong, dieser allgegenwärtigen Figur der Umweltbewegung des 20. Jahrhunderts, war sein Hintergrund. Ein Rockefeller-naher Millionär aus dem Ölgebiet von Alberta, der seine Zeit mit Umweltkampagnen und der Leitung großer Ölfirmen verbrachte. Um zu verstehen, wie es dazu kam, müssen wir die Entstehungsgeschichte der Umweltbewegung betrachten. In der Nachkriegszeit hat der Wunsch, die Bevölkerung zu kontrollieren, eine neue Maske angelegt, den Schutz der Welt vor Ressourcenerschöpfung, Verschmutzung und ökologischer Katastrophe. Und wie immer war die Rockefeller-Familie zur Stelle, um die aufkeimende Bewegung finanziell und organisatorisch zu unterstützen und nach ihren eigenen Vorstellungen zu lenken. Präsident Nixon und der Kongress der Vereinigten Staaten gründeten die Commission on Population Growth and the American Future. Der Vorsitzende dieser außergewöhnlichen Kommission ist John D. Rockefeller III. Es handelt sich um ein sehr weitreichendes Mandat, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Und die Frage der Lebensqualität hat sich dabei als das scheinbare Kernthema herausgestellt. Die wichtigste Erkenntnis war jedoch, dass eine Art von Stabilisierung für das Land eindeutig wünschenswert ist. Ja, wir haben gesagt, dass bekannt ist, dass die Bevölkerung nicht unbegrenzt weiter wachsen kann. Niemand bezweifelt das. Und wir haben auf der Grundlage unserer Erkenntnisse gesagt, dass die Nation jetzt eine stabile Bevölkerungszahl begrüßen und einplanen sollte. Die gesamte Frage der Umweltverschmutzung, der Umwelt und der Bevölkerungsentwicklung rückte in erstaunlich kurzer Zeit in den Vordergrund. Und Präsident Nixon gab im Juli 1969 vor dem Kongress eine Erklärung ab, die sich ausschließlich mit dieser Frage befasste. Und ich möchte nur zwei Sätze aus dieser Erklärung vorlesen, da ich denke, dass sie seine Besorgnis über dieses Thema und seine Anerkennung dessen Bedeutung hier und in der ganzen Welt verdeutlichen. Er sagte, eine der größten Herausforderungen für das Schicksal der Menschheit im letzten Drittel dieses Jahrhunderts wird das Bevölkerungswachstum sein. Ob die Reaktionen der Menschen auf diese Herausforderungen im Jahr 2000 ein Grund zum Stolz oder zur Verzweiflung sein werden, wird sehr stark davon abhängen, was wir heute tun. Neben den Rockefellers prägten auch ihre Mitöligarchen jenseits des Atlantiks die internationale Umweltbewegung, darunter die britischen Royals hinter BP und die niederländischen Royals hinter Royal Dutch Shell. Und Julian Huxley, der Bruder des Autors von Schöne neue Welt, Aldous Huxley, und Enkel von Darwins Bulldogge, T.H. Huxley, ebnete den Übergang von der Eugenik zur Bevölkerungskontrolle und Umweltschutz. Julian Huxley war ein überzeugter Eugeniker, der von 1959 bis 1962 den Vorsitz der British Eugenics Society innehatte. Aber wie die anderen Eugeniker der Nachkriegszeit verstand er die Notwendigkeit, die inzwischen diskreditierte Arbeit der Eugenik unter einem Deckmantel fortzusetzen. Als Gründungsdirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, schrieb Huxley im Gründungsdokument der Organisation über die Notwendigkeit, Wege zu finden, um die Ziele der Eugenik wieder politisch durchsetzbar zu machen. Gegenwärtig ist es wahrscheinlich, dass die indirekte Wahrnehmung der Zivilisation eher dysgenisch als eugenisch ist. Und in jedem Fall scheint es wahrscheinlich, dass der Ballast genetischer Dummheit, körperlicher Schwäche, geistiger Instabilität und Krankheitsanfälligkeit, der bereits in der menschlichen Spezies vorhanden ist, sich als zu große Last erweisen wird, um einen wirklichen Fortschritt zu erzielen. Aber wenn es stimmt, dass eine radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für die UNESCO wichtig sein, dafür zu sorgen, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die auf dem Spiel stehenden Fragen informiert wird, damit vieles, was heute undenkbar ist, zumindest denkbar wird. Huxley fand 1948 die perfekte Bühne für die Wiedereinführung dieser undenkbaren eugenischen Ideen. Als er die UNESCO als Sprungbrett für die Gründung der International Union for the Conservation of Nature nutzte und dann noch einmal 1961, als er wiederum diese Organisation als Sprungbrett für den World Wildlife Fund nutzte. Zu den Mitbegründern des Fonds gehören neben Huxley auch Prinz Bernard der Niederlande, Gründer der Bilderberg-Gruppe und ehemaliger Mitarbeiter des IG Farbenkonglomerats und Prinz Philip von England, sowie Godfrey A. Rockefeller aus der Rockefeller-Dynastie. Gemeinsam versprachen sie, die öffentliche Meinung zu mobilisieren und die Welt über die Notwendigkeit des Naturschutzes aufzuklären. Jahrelange Aufklärungsarbeit über die Belastung der Ressourcen der Erde durch die wachsende menschliche Bevölkerung, bezahlt von eben jenen Oligarchen, die gerade das letzte Jahrhundert damit verbracht hatten, eine der wichtigsten Ressourcen der Welt zu monopolisieren, führte unweigerlich zu einer absehbaren Konsequenz. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist nun eine internationale Bewegung im Entstehen. Die Bürger der Nationen und die Nationen der Welt haben sich zusammengeschlossen, um Antworten zu finden. Dieses Gebäude und die Vertreter der Welt sind die Lösung. Wir wissen, was wir getan haben, um die Zerstörung unserer Erde herbeizuführen. Ist es nicht jetzt an der Zeit, die Krankheit zu heilen, die wir selbst verursacht haben? Ja, das Heilmittel für die Krankheit der Menschheit, so die von Rockefeller finanzierte Propaganda mit John D. Rockefeller III. als fachkundigem Kommentator, sollte bei den Vereinten Nationen gefunden werden, deren Sitz von der Rockefeller-Familie selbst so großzügig gestiftet worden war. Und der erste Schritt zur Entdeckung dieses Heilmittels war die Organisation der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen in Stockholm im Jahre 1972, der ersten internationalen Umweltkonferenz der Welt. Im Juni 1972 war Stockholm elf Tage lang ein Treffpunkt für alle, die sich mit Umwelt beschäftigen. 1200 offizielle Delegierte aus 113 Nationen waren in Stockholm zur ersten internationalen Konferenz über die Umwelt des Menschen. Das Treffen, das den Vereinten Nationen erstmals von Schweden vorgeschlagen und 1968 von der Generalversammlung genehmigt wurde, erregte weltweites Aufsehen. In nur vier Jahren war das Thema Umwelt von den hinteren Seiten der Zeitungen auf die Titelseite gerückt. Und wer wäre besser geeignet, die Konferenz zu leiten und die institutionellen Grundlagen für diese Aufkeimende, von den Öligarchen unterstützte Bewegung zu schaffen als ein erfahrener Ölunternehmer? Allein die Tatsache, dass die Konferenz mit 113 teilnehmenden Ländern und hochrangigen Delegationen aus diesen Ländern begann, war schon ein großer Schritt nach vorn. Denn dies zeigt mehr als alles andere die echte Sorge der Mehrheit der Länder der Welt. Sein ganzes Leben lang hatte Maurice Strong die verblüffende Fähigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und die richtige Person zu treffen, um in der Hierarchie aufzusteigen. Der ehrgeizige junge Strong, 1929 in Oak Lake, Manitoba geboren, brach im Alter von 14 die Schule ab und machte sich auf den Weg nach Norden, um Arbeit zu suchen. Er fand seinen Weg nach Chesterfield Inlet, wo er eine Stelle als Pelzeinkäufer für die Hudson Bay Company annahm, und Wild Bill Richardson kennenlernte einen Goldsucher, dessen Frau Mary McColl aus der Familie von McColl Frontenac stammte, einer der größten Ölgesellschaften Kanadas. Mr. Strong betritt die große weite Welt also durch einen Mann namens Wild Bill Richardson, einer Art Goldgräber, der in eine Ölfamilie namens McColl eingeheiratet hatte, deren Unternehmen McColl Frontenac hieß. Es handelte sich um einen bedeutenden Importeur von Öl aus dem Nahen Osten, der vor längerer Zeit von der Taxical Company über ein Maklerunternehmen namens Nesbitt Thompson übernommen worden war. In gewisser Weise wurde Mr. Strong schon in jungen Jahren in die Welt von Big Oil und die Welt der Ressourcen eingeführt. Er wurde als sehr kluges Kind aufgegriffen, unter die Fittiche eines Mannes namens Paul Martin Sr. genommen, der Kabinettsminister war und dessen Sohn später Premierminister von Kanada werden sollte und lernte, durch Leute an der Spitze, und dazu gehörte auch David Rockefeller, die Ölwelt kennen. Durch die Richardsons knüpfte Strong eine Reihe von immer unwahrscheinlicheren Verbindungen. Zunächst wurde er dem Schatzmeister der damals brandneuen Vereinten Nationen, Noah Monod, vorgestellt. Unglaublicherweise verschaffte Monod Strong nicht nur einen Job als Juniorsicherheitsbeauftragter im UN-Hauptquartier, sondern er erlaubte dem jungen Bauernjungen aus Manitoba bei ihm in New York zu wohnen. Dort machte Monod Strong mit dem wichtigsten Kontakt seines Lebens bekannt, David Rockefeller. Von diesem Moment an war Strong ein gemachter Mann. Und von diesem Moment an waren Rockefeller und seine Mitarbeiter immer irgendwo im Hintergrund, wo Strong auch hinging. Es war ein Standard-Oil-Veteran, Jack Gallagher, der Strong seinen großen Durchbruch im Ölgebiet von Alberta verschaffte, als er seinen Job bei der UN-Sicherheit kündigte, um nach Kanada zurückzukehren. Und als Maurice Strong plötzlich beschloss, seinen Job in der Ölbranche aufzugeben, sein Haus zu verkaufen und nach Afrika zu reisen, arbeitete er für Rockefellers Caltex in Nairobi. Als er diesen Job 1954 aufgab und sein eigenes Unternehmen in Kanada gründete, stellte er Henry Bruni, einen engen Freund des Rockefeller-Mitarbeiters John McCloy, als Geschäftsführer ein und berief zwei Vertreter von Standard Oil of New Jersey in den Vorstand. Mit Ende 20 leitete er sein eigenes Unternehmen und war bereits Millionär. Sein ganzes Leben lang nutzte Maurice Strong seine Verbindungen und Chancen mit großem Erfolg. Nachdem er für die Organisation der UN-Umweltkonferenz in Stockholm ausgewählt worden war, wurde er zum Treuhänder der Rockefeller Stiftung ernannt, die sein Büro für den Stockholmer Gipfel finanzierte und die Carnegie-Stipendiantin Barbara Ward sowie den Rockefeller-Ökologen René Dubot für sein Team bereitstellte. Strong beauftragte sie mit der Verfassung von Only One Earth, einem grundlegenden Text im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, der von den Globalisten als Schlüsseldokument für die Förderung der globalen Ressourcenbewirtschaftung angepriesen wird. Der Stockholmer Gipfel 1972 wird immer noch als Meilenstein in der Geschichte der modernen Umweltbewegung gefeiert. Er führte nicht nur zu den ersten staatlich verwalteten Umweltaktionsplänen in Europa, sondern auch zur Schaffung einer völlig neuen UN-Bürokratie, dem Umweltprogramm UNEP. Natürlich ernannte die UNO Maurice Strong zum ersten Direktor des UNEP. Kurz darauf setzte Strong sein Doppelleben fort, indem er direkt wieder ins Ölgeschäft einstieg. Der Osten Kanadas war von dem OPEC-Öl-Embargo besonders stark betroffen, woraufhin der damalige Premierminister Pierre Trudeau Petro-Canada Kanadas nationale Ölgesellschaft gründete. Und wen wählte er zum ersten Präsidenten? Niemand anderes als den von Rockefeller unterstützten Umweltschützer Maurice Strong. Nach Strongs Abschied von diesem Posten im Jahr 1978 folgte eine kaum zu fassende Reihe von Ämtern in der Regierung, der Privatwirtschaft und auf internationaler Ebene. Vom Vorsitzenden des Canada Development Investment Corporation über den Vorsitzenden von ACL Resources Incorporated bis hin zur Leitung der UN-Hungerhilfeprogramme in Afrika. 1987 half Strong bei der Organisation einer anderen Umweltkonferenz, die weit weniger bekannt, aber nicht weniger bemerkenswert war, als die in Stockholm. Der vierte Weltkongress für Wildnis fand in Denver, Colorado statt und brachte Strong, David Rockefeller, Edmund de Rothschild, den damaligen Finanzminister James Baker und eine Schar anderer Oligarchen, Banker, Washingtoner Machthaber und Globalisten zusammen. Angeblich, um über die Umwelt zu sprechen. Was sie tatsächlich besprachen, war noch viel unglaublicher. Ich schlage daher vor, dass dies nicht durch einen demokratischen Prozess geschieht. Das würde zu lange dauern und viel zu viele Mittel verschlingen, um das Kanonenfutter aufzuklären, das leider die Erde bevölkert. Wir müssen ein fast elitäres Programm verfolgen, damit wir über unsere dicken Bäuche hinausblicken. Wir müssen die Zukunft in Zeiträumen und mit Ergebnissen betrachten, die nicht leicht zu verstehen sind oder sich mit intellektueller Ehrlichkeit auf eine Art vereinfachende Definition reduzieren lassen. Dies waren die Worte von David Lang, einem Banker aus Montreal, der auf der Konferenz sprach. Für Lang, die Rockefellers, die Rothschilds und die anderen bei dem Treffen versammelten Banker und Oligarchen ist die Bevölkerung Kanonenfutter, das leider die Erde bevölkert. Dieses freimütige Eingeständnis, eine perfekte Zusammenfassung der eugenischen Ideen, die der von den Oligarchen selbstfinanzierten globalen Naturschutzbewegung zugrunde liegen, wurde von George Hunt, einem Geschäftsmann aus Boulder, Colorado, auf Band aufgenommen, der als besorgter Bürger freiwillig an der Konferenz teilgenommen hatte und entsetzt von dem war, was er dort erlebte. Anfang der 90er Jahre veröffentlichte er seine eigenen Aufzeichnungen der Vorgänge, um die Öffentlichkeit von dieser Gruppe und ihren eigentlichen Zielen zu warnen. Hunt's Aufnahme hielt den Moment fest, als Maurice Strong Baron Edmund de Rothschild, dessen Cousin väterlicherseits die aserbaidschanischen Ölfelder der Rothschilds an Royal Dutch Shell verkauft hatte, als Pionier der Umweltbewegung und Begründer des Konzepts des Conservation Banking vorstellte. Eine der wichtigsten Initiativen, die hier zur Debatte steht, ist das Conservation Banking Programme. Wie wir heute Morgen bereits erwähnt haben, haben wir als Vorsitzenden glücklicherweise die Person, die wirklich der Urheber dieser sehr bedeutenden Idee ist. Er war und ist einer der Treuhänder der International Wilderness Foundation, die dieses Treffen gesponsert haben. Er nahm an der ersten dieser Konferenzen teil. Seine Hinwendung zu der Beziehung zwischen Naturschutz und wirtschaftlicher Entwicklung war also wegweisend. Es gibt also keinen besseren. Er verkörpert in seinem Leben die positive Verbindung zwischen Umwelt- und Naturschutz einerseits und Wirtschaft andererseits. Und ich freue mich sehr, Ihnen Edmund de Rothschild vorstellen zu dürfen. Maurice, vielen Dank für alles, was Sie gesagt haben. Und ich möchte die Zuhörer bitten, alles, was er über mich gesagt hat, mit Vorsicht zu genießen. Auf dem Treffen wurden einige wichtige Ziele für die Illigarchen erreicht. Es führte zur Schaffung von Wildnisgebieten, riesigen Naturgebieten, von denen die Öffentlichkeit weitestgehend ausgeschlossen werden konnte. Diese Gebiete sollten von der EUCN bestimmt und überwacht werden. Derselben Organisation, die der Präsident der British Eugenics Society, Julian Huxley, als Sprungbrett für die Gründung der World Wildlife Fund genutzt hatte. Ein weiteres Ziel der Konferenz war Rothschilds Vorschlag zur Gründung einer sogenannten Weltnaturschutzbank, die auf supranationaler Ebene agieren und die Finanzierung von Entwicklungsprojekten in aller Welt koordinieren sollte. An den Gesprächen über das Konzept eines internationalen Conservation Banking Programms sind alle Bereiche der Weltgemeinschaft beteiligt, staatliche und zwischenstaatliche Stellen, öffentliche und private Einrichtungen, große Wohltätigkeitsstiftungen sowie Privatpersonen weltweit, indem wir darüber nachdenken, wie wir die breite Öffentlichkeit und alle Unternehmen auf der ganzen Welt erreichen können, damit sie einen Teil ihrer Gewinne, hoffentlich steuerfrei, zur Finanzierung unseres Umwelt- und Naturschutzes zur Seite legen. Meine Damen und Herren, jedes Land hat seine eigenen Probleme, seine indigenen Völker und seine Wildtiere. Diese internationale Naturschutzbank darf keine Grenzen kennen. Diese Weltnaturschutzbank wurde auf Morris Strongs nächster großer Konferenz, die als Krönung seiner ungewöhnlichen Karriere als Umweltschützer dienen sollte und die immer noch einer der Meilensteine der Umweltbewegung ist, vorgestellt und schließlich verwirklicht. Der Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro. Im Juni 1992 traf sich die Welt in Rio, um über die Zukunft des Planeten zu diskutieren. Auf diesem ersten und größten Erdgipfel aller Zeiten kamen Vertreter aus 166 Ländern, 130 Staatsoberhäupter und 15.000 Nichtregierungsorganisationen zusammen, in der Hoffnung, konkrete Vereinbarungen treffen zu können, die ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Umwelt und den wirtschaftlichen Bedürfnissen herstellen würden. Und mein Dank gilt Generalsekretär Morris Strong für seine unermüdliche Arbeit, um diesen Erdgipfel auf die Beine zu stellen. Dies ist wahrlich eine historische Veranstaltung. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass Wirtschaftswachstum und Umweltschutz nicht miteinander vereinbar sind. Die Welt ist unser Garten und wir müssen ihn gemeinsam bebauen. Diese Woche in Rio haben wir einen Anfang gemacht. Nach Rio müssen wir es weiterführen. Wir dürfen nicht nachlässig sein. Wenn die hier getroffenen Vereinbarungen nicht mit Verpflichtungen zu bedeutenden Veränderungen einhergehen, Veränderungen meiner Meinung nach tatsächlich für die menschliche Spezies, eure Exzellenzen, dann steuern wir im 21. Jahrhundert auf einen Moment zu, ab dem der Zustand unserer Spezies lebensbedrohlich werden könnte. So nützlich der 4. Weltkongress für Wildnis auch war, um die Agenda von Morris Strong und den Oligarchen voranzubringen, so war er doch nur die Vorbereitung für den Erdgipfel in Rio. Auf dem Erdgipfel bekam Edmund de Rothschild seine World Conservation Bank. Die Global Environment Facility, die auf dem Gipfeltreffen ins Leben gerufen wurde, dient als Finanzierungsmechanismus für fünf verschiedene UN-Konventionen und stellt Milliarden von Dollar für Umwelt- und Entwicklungsprojekte auf der ganzen Welt zur Verfügung. Zu den 18 Durchführungspartnern gehören die von Rockefeller finanzierte Food and Agricultural Organization, die von Huxley gegründete International Union for the Conservation of the Nature, das von Maurice Strong gegründete Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der von Prinz Bernard, Prinz Philip, Godfrey Rockefeller gegründete World Wildlife Fund. Eine der Besonderheiten der Global Environment Facility sind Debt for Nature Swaps, bei denen Länder der dritten Welt einen Schuldenerlass erhalten, wenn sie im Gegenzug ihr Land für Umweltentwicklungsprojekte öffnen. Die Projekte sind mit Transaktionskosten von bis zu 5% verbunden, die an die ausführenden Unternehmen bezahlt werden, welche die Investitionen verwalten und leiten. Nicht jedoch an die Einheimischen, die wie die Ureinwohner der Insel Palawan von ihrem Land vertrieben und von der Landkarte gefegt werden. Auf dem Erdgipfel wurde auch über das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen gesprochen, das Gremium, dem der Weltklimarat seine Berichte vorlegt. Das UNFCCC und der IPCC, die im Allgemeinen als neutrale, nichtstaatliche Gremien gelten, die sich nur auf Wissenschaft und Evidenz stützen, sind durch die Bedingungen, die Strong ihnen auferlegt hat, gezwungen, nur einen Schluss zu ziehen, dass die Menschheit für den Klimawandel verantwortlich ist. Als der Klimarat gegründet wurde, schrieb Maurice Strong, über den wir wirklich reden sollten, die Richtlinien. Und die erste Richtlinie war die Definition des Klimawandels, die er absichtlich auf die menschlichen Ursachen des Klimawandels beschränkte. Dadurch wurden offensichtlich alle natürlichen Ursachen und die natürlichen Fluktuationen eliminiert, weshalb man sich nicht mit Dingen wie der Sonne und einer ganzen Reihe anderer Themen befasst. In einem weiteren Mandat schränkte er sie dann noch weiter ein, indem er sie in drei Arbeitsgruppen aufteilte. Es gab eine technische Gruppe, die Arbeitsgruppe 1, die den wissenschaftlichen Bericht verfasste. Das waren 600 der 2500 Personen. Die anderen, 1900 Personen, waren in den Arbeitsgruppen 2 und 3. Aber sie waren unbedeutend, weil sie die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1, die bereits durch ihre Aufgabenstellung eingeschränkt war, akzeptieren mussten. Was auch immer ihr Ergebnis war, die Arbeitsgruppen 2 und 3 sagten dann, okay, ihr sagt uns, dass es wärmer werden wird, wir akzeptieren das als Tatsache. Jetzt schauen wir uns an, welche Auswirkungen das hat. Und da hört man dann all diese Geschichten über das Schmelzen des Polareises, den Anstieg des Meeresspiegels und so weiter. Der größte Teil des Berichts von 1900 Wissenschaftlern akzeptiert also ohne Zweifel die Ergebnisse der ersten Gruppe. Jetzt strengte Strong das Ganze noch mehr ein, weil sie dann sagten, dieser Bericht darf nicht für politische Zwecke verwendet werden. Aber dann stellten sie die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger auf, was das absolute Gegenteil davon ist. Die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger ist von einer völlig anderen Gruppe verfasst worden, unabhängig von dem wissenschaftlichen Bericht. Der wissenschaftliche Bericht ist fertig und wird zur Seite gelegt. Die Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger wird verfasst und an die Medien weitergegeben. Aber die Regeln, die Aufgabenstellung, die Strong festgelegt hat, besagen, dass die Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger an die Verfasser der wissenschaftlichen Berichte zurückgeht und dass sie sicherstellen sollen, dass ihr wissenschaftlicher Bericht mit dem übereinstimmt, was in der Zusammenfassung steht. Ein weiteres Ergebnis des Gipfels in Rio war die Erdcharta. Ein quasi religiöses Dokument, das Michael Gorbatschow, der zusammen mit Maurice Strong an der Ausarbeitung des Textes beteiligt war, als Nachfolger der Zehn Gebote bezeichnete und mit dem eine Ära der Gaia-Verehrung und der globalen Verantwortung eingeleitet werden sollte. Das Dokument erklärt, dass fundamentale Veränderungen in unseren Werten, Institutionen und Lebensweisen erforderlich sind und rät dann, dass wir eine Welt der gemeinsamen Verantwortung für die Erdgemeinschaft schaffen müssen, bevor es schließt. Um eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufzubauen, müssen die Nationen der Welt ihr Bekenntnis zu den Vereinten Nationen erneuern, ihre Verpflichtungen aus bestehenden internationalen Abkommen erfüllen und die Umsetzung der Prinzipien der Erdcharta durch ein internationales, rechtsverbindliches Instrument für Umwelt und Entwicklung unterstützen. Nun, die Erdcharta war letztlich eines der Nebenprodukte des ersten Erdgipfels. Ich habe die Erdcharta im Anhang meines Buches »Der Aufstieg der Technokratie – Das Trojanische Pferd der Globalen Transformation« veröffentlicht, damit die Menschen mit eigenen Augen sehen können, was darin steht. Es war ein Dokument, das wie ein Abkommen mit der Welt war. Es war ein sehr religiöses, humanistisches Dokument, das versuchte, die Welt in einem einzigen Konzept der Globalisierung zu vereinen. Es war sehr genau ausgearbeitet und wurde von fast allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterzeichnet. Und der Hauptautor der Erdcharta war Stephen Rockefeller. Und so haben die Rockefellers schon früh verstanden, dass es nicht nur um das Wirtschaftssystem und nicht nur um das politische Kontrollsystem geht, sondern, dass wir auch einen religiösen Glauben einbeziehen müssen, mit dem wir die Menschen davon überzeugen können, dass das, was wir tun, zu ihrem Besten ist. Worauf die Öligarchen jahrzehntelang hingearbeitet hatten und was sie 1992 in Rio erreichten, war die Vollendung des Wandels der Eugenik-Philosophie, von Äußerungen über die Sterilisierung der Schwachsinnigen bis hin zu einem populären Verständnis der Menschheit als Krebsgeschwür, das entfernt werden muss, damit die Erde leben kann. Nun galt es, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und die Bevölkerung im Namen der Rettung des Planeten zu reduzieren. Aber verpackt in dieses neue Vokabular und begleitet von einer trendigen, allgegenwärtigen und gut finanzierten Werbekampagne ähnelte das Endergebnis der früheren Eugenik auf verblüffende Weise. Eine neue Studie der Universität London in Schweden besagt, dass die beste Möglichkeit, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern, darin besteht, sich einfach nicht fortzupflanzen. Die Beseitung einiger Menschen, so sagen sie, spart weit mehr Kohlenstoff ein als, ich weiß nicht, Vegetarier zu sein, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder nicht in ein Flugzeug zu steigen. Es gibt eine neue Studie, die besagt, dass man das vielleicht schaffen könnte, wenn man die weltweite Geburtenrate um ein halbes Kind pro Frau reduziert. Das würde sehr weiterhelfen. Es würde ein Fünftel bis ein Viertel aller Kohlenstoffemissionen einsparen, die nötig sind, um den Tipping-Point zu vermeiden. Sollten wir also Maßnahmen ergreifen, die Menschen in den Industrieländern dafür bestrafen, mehr Kinder zu haben? Ich denke, dass wir dies zumindest in Betracht ziehen sollten. Nun, zumindest in Betracht ziehen ist, wie es zu tun. Bei den Bemühungen um die Eindämmung der Erderwärmung sind Kinder nach Ansicht mancher die neuen Übeltäter. Ein britischer Think Tank ist der Meinung, dass zu viele Kinder dem Planeten den Untergang bringen und große Familien, das heißt alles, was mehr als zwei Kinder hat, als umweltpolitisches Tabu verpönt sein sollte. Und ohne, dass die Öffentlichkeit es bemerkte, konnten sich die Öligarchen ein neues Image aufbauen, um nicht mehr als milliardenschwere Erben der Ölindustrie aufzutreten, die ihr eigenes Vermögen durch die Ausplünderung der Erde ihrer Reichtümer gemacht hat, sondern als Umweltschützer, die den Planeten vor dem Kanonenfutter retten wollen, das leider die Erde bevölkert. Die negativen Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf alle Ökosysteme unseres Planeten werden in erschreckendster Weise deutlich. Wir waren also Mitglieder der IPCC, wir haben viele ihrer Papiere verfasst, wir haben alle ihre Papiere einem Peer-Review unterzogen. Wir beschäftigen uns also schon seit Jahrzehnten damit, den Klimawandel zu verstehen und unser Verständnis weiterzuentwickeln. Bei Saudi Aramco bemühen wir uns um eine kontinuierliche Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit, von der Ölquelle bis zum Verbraucher und um die Unterstützung der Öl- und Gasklimainitiative, die durch die Zusammenarbeit bei Technologie und Best Practices als Katalysator für praktische Maßnahmen gegen den Klimawandel dienen soll. Wir haben einen gemeinsamen Anlass. Die Umwelt liegt uns am Herzen. Wir glauben, dass wir es gemeinsam besser machen können. Wir haben die Kompetenzen, wir haben die Stärke, wir haben die Werkzeuge, um in diesem Bereich Gutes zu tun. Die Technologie, die durch diesen mit einer Milliarde Dollar ausgestatteten Investitionsfonds entwickelt wird, wird uns langfristig helfen, die Emissionen zu reduzieren. Wir wollen gemeinsam ein System der Innovation in diesem Bereich aufbauen. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir pragmatische und greifbare Lösungen anbieten. Und auch heute noch sind die Massen, die sich über das Blutbad, das Big Oil angerichtet hat, empören, damit zufrieden, dass diese Empörung von genau den Oligarchen gesteuert wird, die sie bekämpfen wollen. Denselben Oligarchen, die ihre Umweltbewegung im Stillen hinter den Kulissen finanzieren und unterstützen und die sogar anführen. Die Familie Rockefeller machte Schlagzeilen, als sie sich 2016 vollständig vom Ölgeschäft trennte. Die Rockefellers, Erben eines Ölvermögens, das den Familiennamen zu einem Symbol für amerikanischen Reichtum gemacht hat, glauben, dass sie ihrem Namen gerecht werden, indem sie aus dem Ölgeschäft aussteigen. Formdirektor Stephen Hines äußerte sich in einer Erklärung ehrfürchtig über den Ölmagnaten Rockefeller. Wir sind davon überzeugt, dass er, wenn er heute noch leben würde, als kluger, zukunftsorientierter Geschäftsmann aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und an eine saubere, erneuerbare Energie investieren würde. David de Rothschild ist eine der fotogenen Leitfiguren der Umweltbewegung. David de Rothschild, ein Spross der milliardenschweren Bankiersfamilie, die ihr Vermögen mit dem Erwerb von Ölquellen gemacht hat, vergrößert hat und noch immer über Unternehmen wie Genie Energy in Öl investiert, verbringt seine Zeit damit, die Öffentlichkeit darüber zu belehren, wie ihr Lebensstil die Eisbären tötet. Wegen seiner PR-Gags und Fototerminen, bei denen er sich als besorgter Umweltschützer ausgibt, wird er Plastik-Jesus genannt. Wir müssen schnell anfangen, Geld für die Lösungen auszugeben, die uns zur Verfügung stehen, um zu versuchen, den Ländern zu helfen, die bereits heute die Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen unseres Konsums zu spüren bekommen. Prinz Charles spricht offen über die globale Erwärmung und warnt seine treuen Untertanen, dass sie den Weltuntergang herbeiführen, wenn sie nicht den Gürtel enger schnallen und ein bescheideneres Leben führen. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen den Klimawandel ist sicherlich die bedeutendste und zentralste Herausforderung unserer Zeit. Wir können die Symptome nicht ignorieren und sollten jetzt handeln, um die Gesundheit unseres Planeten wiederherzustellen, bevor es zu spät ist. Dies wird selbstverständlich eine noch nie dagewesene Umgestaltung unserer Gemeinschaft, der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Lebensstile erfordern. All dies baut auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und kreislauforientierten Wirtschaft auf. Die Weichen für das, was die Oligarchen das Post-Kohlenstoff-Zeitalter nennen, sind gestellt. Es geht nicht mehr um Öl, darum ging es noch nie. Es geht um Kontrolle. Teil 3 Die Agenda Technokratie Dieser weltweite Prozess, um Ihnen eine zeitliche Einordnung zu geben, beginnt im Jahr 1857 und an diesem Punkt befanden wir uns vor drei oder vier Jahren. Dies sind die nachgewiesenen Reserven in der damaligen Zeit, die sich auf etwa bis zu diesem Niveau aufsummieren würden und der geschätzte Höchststand wird etwa 1995 eintreten und dann geht es bergab. Diese mittleren 80 Prozent erstrecken sich wiederum von den späten 60er Jahren bis nach 2020. Ich habe hier etwa 56 Jahre errechnet. Das setzt eine geregelte Fortentwicklung voraus. Das bedeutet, dass ein Kind, das zum Beispiel in den letzten zehn Jahren geboren wurde, wahrscheinlich miterleben wird, wie die Welt den größten Teil ihres Öls verbraucht, wenn es ein normales Leben lebt. Heute ist Marion King Hubbard vor allem als Shell-Ölforscher bekannt, der in den 50er Jahren mit der Vorhersageberühmtheit erlangte, dass die USA den Höchststand der Ölförderung im Jahr 1970 erreichen würde und dass die Ölvorräte der Erde bis 2020 fast vollständig erschöpft sein würden. Diese Peak-Oil-Theorie, die manchmal immer noch als Hubbards Peak bezeichnet wird, war, wie alles, was von Big Oil hervorgebracht wurde, eine geschickt eingefädelte Lüge, um den Markt an eine künstliche Verknappung zu gewöhnen und so die Ölpreise hochzuhalten. Hubbards Vorhersage basierte auf keinerlei empirischen Daten irgendeines Ölfeldes. Sie stützte sich auf seine falschen Vermutungen über die verbleibenden Ölreserven und verwendete ein heuristisches Instrument zur Modellierung der Produktion. Jahre später räumte Hubbards Schützling und Kollege bei Shell Oil Kenneth Defies ein, die numerischen Methoden, die Hubbard für seine Vorhersage verwendete, sind nicht ganz präzise. Heute, 44 Jahre später, vermute ich, dass Hubbard wie jeder andere auch zuerst zu seiner Schlussfolgerung kam und danach nach Rohdaten und Methoden suchte, um seine Schlussfolgerung zu untermauern. Kurz vor seinem Tod im Jahre 89 gab Hubbard selbst zu, dass er, als er sein Peak-Oil-Papier dem Geschäftsführer von Shell zeigte, von diesem aufgefordert wurde, es mit seiner Schätzung der Ölreserven nicht zu übertreiben und dabei insbesondere auf LG Weeks verwies einen konkurrierenden Geophysiker, der die Reserven viel höher eingeschätzt hatte und somit die drohende Gefahr einer Unterversorgung und die Notwendigkeit hoher Ölpreise viel schwächer einschätzte. Doch obwohl Hubbard heute fast ausschließlich für seine Peak-Oil-These bekannt ist, war er in Wirklichkeit an einem viel größeren, lebenslangen Projekt beteiligt. Er trug dazu bei, eine Bewegung zu verfestigen und zu verankern, die, ähnlich wie die Eugenik, vor fast einem Jahrhundert sehr populär war, dann aber in der vornehmen Gesellschaft in Ungnade fiel und heute unter anderem Namen weitergeführt wird. Diese Bewegung wurde Technokratie genannt. Hallo, ich bin Arvid Petersen und dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Präsentation über Technokratie, einem alternativen Gesellschaftssystem. Diese Sendung soll sie nicht unterhalten oder amüsieren und auch nicht erschrecken. Wir gehen einen neuen Weg. Dieser ist nicht politisch, ökonomisch, philosophisch, rechtlich, religiös oder moralisch. Es ist ein technologischer Ansatz. Die Technokratie ist die wissenschaftliche Antwort auf die sozialen Probleme Amerikas. Ein neues Konzept für das gesellschaftliche Zusammenleben, das sich auf die Wissenschaft stützt. Sie ist das Mittel, mit dem wir in eine neue Ära für ein besseres Leben eintreten können. Die Technokratie bezeichnete sich selber als eine soziale Bewegung, eine Philosophie, eine wissenschaftliche Lösung für politische und wirtschaftliche Probleme und eine neue Art, die Welt zu organisieren. Aber im Grunde handelt es sich um eine Idee für eine neue internationale Wirtschaftsordnung, die bis ins kleinste Detail von einigen wenigen Auserwählten, den Technokraten, gestaltet und verwaltet werden soll. Die Technokratie wurde 1938 in ihrer eigenen Publikation The Technocrats Magazine kurz und bündig definiert. Sie nennen sie ein System, um die Gesellschaft wissenschaftlich zu gestalten. Sie sahen sich selbst als eine Verschmelzung von harter Wissenschaft und Sozialwissenschaft, was eigentlich ein Oxymoron ist. Meiner Meinung nach ist die Sozialwissenschaft keine wirkliche Wissenschaft, aber sie haben das geglaubt. Sie glaubten also, dass sie die wissenschaftliche Methode, die sie in den Naturwissenschaften anwenden, auf die Gesellschaft übertragen könnten. Sie glaubten auch, dass nur sie allein die Gesellschaft richtig führen könnten. Sie hassten die Politiker, sie hassten das Establishment, sie hassten die Organisation der Gesellschaft so wie sie ist, weil sie nicht effizient und ressourcenschonend war. Also machten sie es sich zur Aufgabe, das Wirtschaftsmodell zu definieren, das den Kapitalismus und das freie Unternehmertum ersetzen sollte. Und genau das war es auch. Ein Ersatz für das Wirtschaftssystem. Die technokratische Bewegung, die sich auf Henry St. Simons Forderung nach einem wissenschaftlich organisierten Sozialismus, auf den Positivismus und den säkularen Humanismus von August Comte, sowie auf die von Frederick Taylor propagierten Prinzipien des wissenschaftlichen Managements stützte, entstand im selben Umfeld von Progressivismus, Positivismus und Sozialdarwinismus, aus dem auch die Eugeniker vorging. So wie die Eugeniker glaubten, die menschliche Rasse könne kontrolliert und verwaltet von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern verbessert werden, so glaubten auch die Technokraten, dass sie die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen durch die Kontrolle und Verwaltung der Gesellschaft verbessern könnten. Und zum Glück für die Oligarchen wollten die Technokraten die Welt verbessern, indem sie das Geld durch Energiezertifikate ersetzten. Angeführt von dem exzentrischen, revolutionären Ökonomen und Soziologen Thorsten Weblen zog die technokratische Bewegung, die sich um Weblens New School for Social Research und Technical Alliance bildete, sowohl Ingenieure und ernsthafte Forscher wie King Hubbard und Buckminster Fuller, als auch Exzentriker wie Howard Scott an. Scott, ein mysteriöser Mann unklarer Herkunft, liess sich am Ende des Ersten Weltkriegs in New York City nieder und wurde als unkonventioneller Ingenieur angesehen. Im Jahr 1920 ging er als Forschungsleiter zu den Wobblies und gründete im folgenden Jahr die Technical Alliance, eine Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern im Umfeld der Columbia University, die als Bewegbereiter der Technokratiebewegung für eine von Wissenschaftlern und Ingenieuren geführte Gesellschaft eintrat. 1932 gelang es dem charismatischen und Redegewandten Scott, Walter Rautenstrauch, Professor an der Columbia University und Gründer des Fachbereichs für Wirtschaftsingenieurwissen, für sich zu gewinnen. Aufgrund ihres gemeinsamen Interesses an der Technokratie wurden die beiden Freunde und Verbündete. Durch Rautenstrauch gelang es Scott vom Präsidenten der Columbia, Nicholas Murray Butler, die Erlaubnis zu erhalten, die Räumlichkeiten der Universität zu nutzen. Butler, der immer auf der Suche nach den neuesten Erkenntnissen des Progressivismus war, ließ sich von den technokratischen Ideen anstecken und bald erarbeitete Scotts Ausschuss für Technokratie im Keller der Hamilton Hall. Als Butler von der neuen großen Idee erzählte, die im Keller seiner Universität ausgeheckt wurde, wurde die Technokratie zu einer Sensation. Sie wurde in der Presse gelobt, Scott wurde ein gefragter Redner und es wurde sogar ein Tanz nach der Bewegung benannt. An der Columbia lernte Scott King Hubbard kennen und die beiden, ein ungleiches Paar aus ernsthaftem Forscher und exzentrischem Revolutionär, verstanden sich auf Anhieb. Ihre gemeinsame Zeit an der Columbia sollte abrupt enden, doch ihre Zusammenarbeit sollte Jahrzehnte andauern und Ideen hervorbringen, die schließlich die Welt verändern sollten. Die Technokratie wurde zum ersten Mal wirklich anerkannt, als sie an der Columbia war. Wir werden gleich darüber sprechen, dass sie nicht sehr lange dort waren, denn es stellte sich heraus, dass einer der Befürworter der Technokratie, Howard Scott, ein Betrüger war. Er war so etwas wie der Hauptsprecher der Bewegung und er hatte seinen Lebenslauf aufgehübscht, wie so viele Leute es heute leider tun. Er hat ihn aufgehübscht und im Grunde genommen einfach über seine Vergangenheit und seine Ausbildung gelogen. Und alle haben angenommen, dass er einen Abschluss in irgendeiner fortgeschrittenen Ingenieursdisziplin hat oder in was auch immer und alle Schlagworte kennt. Aber irgendein scharfsinniger Reporter stellte Nachforschungen an und sagte, ich kann nirgendwo finden, wo dieser Kerl seinen Abschluss gemacht hat. Und als die Columbia herausfand, dass der Kerl ein Betrüger war, wurde ihnen klar, dass, nun ja, Butlers Ego im Spiel war. Und er sagte, Mann, diese Leute haben mich verarscht. Und so warf er sie alle raus. Einfach, kabum. Er schmiss sie einfach raus. Er sagte, raus aus meinem Institut. Und sie verließen alle das Gebäude und zerstreuten sich. Einige Technokraten, die an der Columbia übrig geblieben waren, weil sie zu dieser Zeit Professoren dort waren, hielten einfach den Mund, gingen zurück an die Arbeit und dachten sich, ich will meinen Job erhalten. Ich werde einfach nie wieder von Technokratie sprechen. Das bedeutete nicht, dass sie aufhörten, daran zu glauben, aber sie sprachen an der Columbia sehr, sehr lange nicht mehr darüber. In Ungnade gefallen und von der Columbia vertrieben, während sich das Komitee für Technokratie fast so schnell aufgelöst hatte, wie es entstanden war, befand sich Scott an einem persönlichen Tiefpunkt. Da er mittellos war und alte Schulden ihn einholten, gab es nur eine Person, auf die er sich verlassen konnte, M. King Hubbard. Hubbard ließ Scott in seiner Wohnung in Greenwich Village wohnen und zahlte die Einrichtung der Gründungsurkunde für Technocracy Inc., einer neuen Mitgliederorganisation, die die Prinzipien der Technokratie weiterführen sollte, aus eigener Tasche. Der erste Schritt bestand natürlich darin, genau zu definieren, was diese Grundsätze waren. Hubbard machte sich an die Arbeit und verfasste den Technokratie-Studienkurs, die Bibel der Technokratiebewegung. Darin entwarf Hubbard die Vision einer Fülle von materiellem Reichtum in kontinentalem Ausmaß zur Nutzung durch alle Bürger des Kontinents, die, so warnte er, nur durch eine kontinentale technologische Kontrolle, eine Steuerung der Abläufe, ein Tech-NAT erreicht werden kann. Das technokratische System sollte auf einem neuen monetären Paradigma passieren, das nicht auf Dollars und Cent, sondern auf Energiezertifikaten beruhte, die die Nettoenergieausgaben der Nation darstellen sollten. Diese Zertifikate sollten in Joule ausgedrückt und auf der Grundlage eines von den Wissenschaftlern des technokratischen Staates als angemessen erachteten Nettoenergiebudgets ausgegeben werden. Die Bürgerinnen und Bürger würden die Zertifikate der Nation zu gleichen Anteilen erhalten und ihre Einkäufe damit tätigen. Die Informationen über diese Einkäufe würden zur Analyse an die zentrale Planungsstelle weitergegeben werden. Mit dieser Methode könnten die Technokraten eine thermodynamisch ausgewogene Belastung von Produktion und Konsum schaffen und damit Arbeitslosigkeit, Schulden und soziale Ungerechtigkeit beseitigen. Im Technokratie-Studienkurs legte Hubbard, wie es sich für einen guten Technokraten gehört, die genauen Bedingungen dar, die erfüllt sein müssen, damit diese Vision Wirklichkeit werden kann. Ihm zufolge würde die Technokratie Folgendes erfordern. Eine kontinuierliche unverzügliche Berechnung und Registrierung des gesamten Energieverbrauchs und aller Verbraucherausgaben im ganzen Land. Eine pausenlose Bestandsaufnahme der gesamten Produktion und des Verbrauchs. Ein vollständiges Verzeichnis aller zum Verkauf angebotenen Produkte, wo sie hergestellt wurden, wie viel Energie für ihre Herstellung aufgewendet wurde und wo und wann sie verkauft wurden. Und schließlich eine spezifische Registrierung des Verbrauchs jeder einzelnen Person sowie die Aufzeichnung und Beschreibung der Person. Hubbards Vision war nicht nur die einer totalitären Gesellschaft, in der jedes Detail jeder Interaktion aufgezeichnet und an eine zentrale Behörde gemeldet wurde. Für die 1930er Jahre war das Konzept von ständig und sofort aktualisierten Listen aller Güter in der Wirtschaft nicht nur kühn, sondern geradezu wahnsinnig. Dennoch waren die Amerikaner, die unter der großen Depression litten, bereit, sich jede noch so ausgefallene Idee anzuhören, um das derzeitige System zu ersetzen, das sie so offensichtlich im Stich gelassen hatte. Technocracy Inc. zog eine Fangemeinde an, die im Laufe des Jahrzehnts in die Zehntausender anwuchs. Doch Scotts exzentrische Art, mit der er die Mitglieder zwang, vor ihm in der Öffentlichkeit den Hut zu ziehen und mit der er weit schweifige Radioansprachen hielt, führte letztlich dazu, dass die Bewegung langsam an Bedeutung verlor. Hubbard lehnte das Konzept der Technokratie nie ab, aber als er bei Shell als Forscher anfing, legte er seine Position im Vorstand der Technocracy Inc. nieder und vermied es, die Organisation direkt zu erwähnen. Die Technokraten hatten die Umrisse einer vollständig geordneten und kontrollierten Gesellschaft entworfen, in der Energie das grundlegende Maß für Wert ist und der gesamte Verbrauch und die gesamte Produktion von einer zentralen Behörde akribisch analysiert wird. Die Technokratie Inc. existiert noch heute, aber die Sprache und das Denken der Technokraten haben wie die Eugenik eine Metamorphose durchlaufen. Und wie bei der Eugenik mag auch hier der Name in Vergessenheit geraten sein, aber die Idee lebt in den Händen der Oligarchen weiter. Würden Sie einen umweltfreundlicheren Lebensstil pflegen, wenn Sie damit Geld verdienen könnten? Dies könnte möglich sein, wenn ein Regierungsvorschlag für persönliche Kohlenstoffemissionszertifikate umgesetzt wird. Im Rahmen dieser Regelung würden jedem Einwohner des Vereinigten Königreichs jährlich ein Kohlenstoffzertifikat zugeteilt werden. Elektronisch gespeichert wie bei einer Supermarkttreuekarte würden jedes Mal Punkte abgezogen, wenn wir nicht erneuerbare Energien kaufen oder verbrauchen. Zum Beispiel bei der Verwendung von Elektrizität. Oder beim Reisen mit dem Flugzeug oder sogar beim Tanken. Die übrig gebliebenen Punkte könnten dann an eine Zentralbank verkauft werden und diejenigen, die mehr brauchen, wie die Autofahrer, könnten dann für die Aufstockung bezahlen. Rationierung von CO2, CO2-Handel, CO2-Steuern, Cap and Trade. So wie sich die einstigen Technokraten eine neue Wirtschaftsordnung auf der Grundlage von Energie vorstellten, die durch das Diktat von Wissenschaftlern und Ingenieuren bestimmt wird, so stellt sich auch diese moderne Form der Technokratie eine Wirtschaftsordnung vor, in der Energie von zwischenstaatlichen Gremien, bestehend aus Wissenschaftlern und der politischen Kaste, die sich um diese Institutionen herum bildet, budgetiert, bepreist und gehandelt wird. Das Umweltamt ist keine belanglose Behörde. Es wurde geschaffen, um die Kohlendioxid-Emissionen zu regulieren. Und ich habe der West Virginia Coal Association die größtenteils nicht an die Klimawissenschaft glaubt. Sie glaubt nicht, dass es ein Klimaproblem gibt, schon seit Jahren gesagt, dass das falsch ist. Meiner Meinung nach sind die Forschungsergebnisse wahr. Die Forschungsergebnisse sind eindeutig wahr. Und es gibt einen Preis für Kohlenstoff in der Zukunft. Ich habe das schon vor ein paar Monaten gesagt. In der Zukunft wird Kohlenstoff einen Preis haben. Aber ich glaube, dass das Cap-and-Trade-Konzept der wesentliche erste Schritt ist, auch weil es die einzige Grundlage ist, auf der wir uns ein wirklich globales Abkommen vorstellen können, denn eine harmonisierte globale Steuer ist sehr schwer vorstellbar. Eine Kohlenstoffsteuer oder eine andere Art der Bepreisung von Kohlenstoff ist aus wirtschaftlicher Sicht der effektivste und effizienteste Weg, dies zu tun. Man kann regulieren und alles Mögliche tun, aber nichts ist ein so starkes Marktsignal für den privaten Sektor wie ein Kohlenstoffpreis. Sei es eine CO2-Steuer oder ein Cap-and-Trade-System, wie es Kalifornien praktiziert, oder eine der anderen Maßnahmen, die letztendlich einen Kohlenstoffpreis ergeben. Das ist das einfachste, sauberste und stärkste Signal. Wenn das also möglich ist, stimme ich Ihnen zu. Diese Maßnahmen werden der Öffentlichkeit als Mittel zur Bestrafung der großen Ölkonzerne verkauft, die das letzte Jahrhundert damit verbracht haben, die wichtigsten Ressourcen der Welt zu monopolisieren und die Erde in ihrem Streben nach Profit zu plündern. Was Sie nicht verstehen, weil es absichtlich verschleiert wurde, ist, dass es genau diese Interessen sind, die bei der Schaffung dieser Systeme in erster Linie eine Rolle gespielt haben. Soweit ich weiß, hat der Vorstandsvorsitzende von Enron, Ken Lay, 1997, als Sie Vizepräsident waren, mit Ihnen im Weißen Haus Gespräche über die Entwicklung dieser Art von Politik, über dieses Handelssystem geführt. Ist das richtig? Ist es ungenau? Es ist berichtet worden. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich, wie viele andere auch, mit Ken Lay getroffen, bevor jemand wusste, dass er ein Gauner ist. Richtig. Sie sehen, warum so viele von uns über diese Art von Cap-and-Trade-Energiesteuer besorgt sind, die die Energiewirtschaft dieses Landes buchstäblich auf den Kopf stellen würde. Ich kannte ihn nicht gut genug, um ihn Kenny Boy zu nennen. Aber Sie kannten ihn gut genug, um bei der Ausarbeitung dieses Handelsplans zu helfen. In den frühen 90er Jahren war Enron, das in Ungnade gefallene texanische Energiehandelsunternehmen, das sich als kompletter Betrug entpuppte, die Speerspitze des 20 Milliarden Dollar schweren Cap-and-Trade-Programms der EPA und wurde prompt zum größten Händler auf dem Markt. Daraufhin begann das Unternehmen unter der Leitung von Ken Lay Lobbyarbeit bei der Clinton-Regierung und insbesondere bei Vizepräsident Al Gore zu betreiben, um einen ähnlichen Markt für Kohlendioxid zu schaffen. Enron verteilte großzügige Spenden an Umweltgruppen wie die Nature Conservancy, deren Climate Change-Projekt sich für die Beschränkung der Kohlenstoffemission einsetzte und engagierte Christopher Horner, einen ehemaligen Mitarbeiter des Umweltausschusses von Senator Joe Lieberman, um sich für ein internationales Abkommen einzusetzen, das den Handel mit Emissionsrechten ermöglichen würde. Unterstützt wurden sie dabei von Goldman Sachs, der berüchtigten Wall Street Investment Bank, die heute als die Drehtür zwischen dem Unternehmen und dem US-Finanzministerium bekannt ist und die bei der Gründung der Chicagoer Klimabörse als erste nordamerikanische Emissionshandelsplattform helft. Im Jahr 2004 gründete Al Gore, der die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht hatte, Lobbyarbeit für die Schaffung eines Marktes für diesen Handel zu betreiben, zusammen mit David Blood, Generation Investment Management. Eine Investment Management Partnerschaft, die Emissionszertifikate verkauft. Blood war CEO von Goldman Sachs Asset Management und trat von seiner Position bei Goldman zurück, um mit Gore ins Geschäft zu kommen. Am Ende des Jahrzehnts wurde Gore als erster Kohlenstoffmilliardär der Welt gehandelt. Gore ist selbst ein Öligarch. Sein Vater, Al Gore Senior, war ein enger Freund von Armand Hammer, dem Ölmagnaten hinter Occidental Petroleum. Nachdem er 1970 eine Senatswahl verloren hatte, arbeitete Gores Vater für 500.000 Dollar pro Jahr bei Occidental für Hammer. Im Laufe seiner Karriere häufte Gore Senior Aktien von Occidental im Wert von 100.000 von Dollar an, die zum Zeitpunkt seines Todes in die Hände von Al Gore gingen. Die Verbindung zu Occidental endet hier aber noch nicht. Als Hammer auf seinem Anwesen in Tennessee Zinkerz entdeckte, kaufte er das Land der Gores und verkaufte es ihnen mit einem Anspruch auf die Schürfrechte zurück, verbunden mit einer jährlichen Zahlung von 20.000 Dollar, die auch nach dem Tod seines Vaters an Gore ging. Im Jahr 2013 erhielt Gore von der katharischen Regierung 100 Millionen Dollar für den Verkauf seines Current-TV-Unternehmens und war dann überrascht, als die Reporter mehr an seinem Ölgeld als an seinem neuen Buch über die Erwärmung der Erde interessiert waren. Die Geschichte von Gore ist jedoch nur ein Beispiel für ein größeres Phänomen. Im Jahr 2006 wurde die United States Climate Action Partnership gegründet, um einen Aufruf zum Handeln zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen zu verfassen. Sie entwarf den Blueprint für Legislative Action, der die Grundlage für den American Clean Energy Act bildete, mit dem ein Emissionshandelssystem nach dem Vorbild der Europäischen Union geschaffen werden sollte. Und die Mitglieder des US Climate Action Partnership? Ein Who-is-who der Öligarchie, darunter BP, ConocoPhillips und General Motors. Kohlenstoffsteuer und Kohlenstoffhandel haben sich für eine zunehmend misstrauische Öffentlichkeit als schwer zu verkaufen erwiesen. Aber mit dem Pariser Abkommen von 2015 hat die Welt den bisher größten Schritt in Richtung dieser technokratischen Zukunft der Energiekontrolle und Kohlenstoffrationierung gemacht. So ist es nicht verwunderlich, dass der Gipfel selbst von Big Oil gesponsert und prominent unterstützt wurde. Was ist Ihr Standpunkt und welche Botschaft würden Sie dem Präsidenten übermitteln? Nun, wir haben das Klimaabkommen von Paris deutlich unterstützt. Wir sind Teil der Öl- und Gas-Immi-Klimainitiative, in der sich zehn der weltweit größten Unternehmen zusammengeschlossen haben und an Projekten und Technologien arbeiten, die gebraucht werden. Ich denke, wir alle wollen wissen, wie die Formel berechnet wird. Aber ich denke, das Konzept von Paris muss in den Köpfen aller verankert bleiben. Wir müssen die Welt auf kohlenstoffärmere Energieformen umstellen und ich habe keinen Zweifel, dass dies geschehen wird. Ja, ich denke, dass das, was in Paris passiert ist, sehr, sehr wichtig ist. Und Herr Ban Ki-moon hat gestern gesagt, dass es nicht nur für den Planeten, nicht nur für uns Bürger, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für die Wirtschaft wichtig ist. Die Verwendung von Energie als neuer Wertmaßstab für die Post-Kohlenstoffwirtschaft ist jedoch nur ein Element der neotechnokratischen Vision. Als Hubbard seinen Technokratie-Studienkurs schrieb, machte er deutlich, dass die Technokratie ohne eine 24-7-Überwachung des gesamten Energieverbrauchs und einen kontinuierlichen Datenstrom über alle von der Gesellschaft produzierten und verbrauchten Gütern nicht verwirklicht werden kann. Doch während ein solches System in den 30er Jahren noch wie eine wahnwitzige Fantasie erschien, wird es heute bereits umgesetzt. Vielleicht haben Sie schon einmal den Begriff Internet der Dinge gehört. Klingt interessant. Aber was bedeutet das Internet der Dinge eigentlich? Das Internet der Dinge ist eine Weiterentwicklung von mobilen, häuslichen und eingebetteten Anwendungen, die mit dem Internet verbunden sind, größere Rechenkapazitäten bieten und Datenanalysen nutzen, um aussagekräftige Informationen zu gewinnen. Milliarden von Geräten werden mit dem Internet verbunden sein und bald werden es hunderte von Milliarden sein. Wenn diese intelligenten Geräte und Systeme Daten über die Cloud austauschen und analysieren, können sie unsere Unternehmen, unser Leben und unsere Welt auf unzählige Arten verändern. Warum eine intelligente Stadt schaffen? Intelligente Städte sind bürgernäher und tragen zur Verinnerung der Umweltbelastung bei. Sie sind kostengünstiger und sicherer. Intelligente Städte machen die Menschen glücklicher und verbinden sie stärker mit ihrem sozialen Umfeld. Die Städte werden zunehmend ausgestattet. Sensoren, die die Erfassung aller Arten von Daten ermöglichen, werden in alle städtischen Systeme integriert und liefern wichtige Informationen über den Betrieb der Stadt. Sensoren auf einer Brücke übermitteln Daten über ihren Zustand. Eine Kamera auf einer Autobahn meldet den Verkehrsfluss und digitale Zähler erfassen den Wasser- und Energieverbrauch in Echtzeit. Mobile und soziale Kanäle ermöglichen es, Kommunalverwaltungen und Bürgern miteinander zu kommunizieren, wodurch eine weitere Quelle nützlicher Daten geschaffen wird. Mithilfe fortschrittlicher Analyseverfahren lassen sich in diesen riesigen Datenmengen nun problemlos Tendenzen und Muster erkennen. Informationen können integriert, gesammelt und über Dashboards, Visualisierungen und Warnmeldungen weitergegeben werden, um das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen Systemen, Behörden und Gruppen zu erleichtern. Dieses Kaufhaus in Bandang hat eine neue Art des Einkaufens eingeführt. Mit dem Smart Shopper-System scannen die Kunden den Artikel, den sie kaufen möchten. Damit entfällt das lästige Tragen von schweren Einkaufskörben, ganz zu schweigen von der Mühe, die Einkäufe nach Hause zu bringen. Nachdem sie die Artikel an einem automatisierten Schalter bezahlt haben, werden die Waren direkt zu ihnen nach Hause geliefert. Früher musste ich in langen Schlangen an der Kasse warten, aber jetzt kann ich mit dem Smart Shopper-System bezahlen. Das ist wirklich sehr bequem. Abgesehen von der Bequemlichkeit für die Kunden hilft das System den Geschäften auch Daten über die Einkaufsgewohnheiten ihrer Kunden zu sammeln. Das Smart Home kommuniziert mit dem Stromnetz und ermöglicht es den Verbrauchern, ihren Stromverbrauch zu steuern. Durch die häufigere Messung des Stromverbrauchs der Haushalte mithilfe eines intelligenten Zählers können die Versorgungsunternehmen ihren Kunden viel bessere Informationen zur Verwaltung ihrer Stromrechnung liefern. Im Smart Home verbindet ein Home Area Network intelligente Geräte, Thermostate und andere elektrische Geräte mit einem Energiemanagement-System. Mit den intelligenten Zählern werden sie in der Lage sein, auf der Grundlage einer 24-7-Kommunikation mit all ihren Geräten bis auf die Mikrosekunde genau zu wissen, was in ihrem Haus vor sich geht. In Zukunft werden alle ihre Geräte mit einem drahtlosen Sender ausgestattet sein und im Rahmen eines intelligenten Programms zertifiziert werden müssen, falls die Richtlinie vollständig umgesetzt wird und es nicht zu einer öffentlichen Gegenreaktion kommt. Das bedeutet also nicht nur, dass ihr intelligenter Zähler durchschnittlich 13.000 Mikrowellenimpulse pro Tag aussendet, sondern auch, dass jedes ihrer Geräte dasselbe tut, weil es mit dem intelligenten Zähler selbst kommunizieren muss. Das ist also ein ernstes Problem, auf das wir später noch eingehen werden. Aber was die Frage des Datenschutzes betrifft, so wurde der derzeitige CIA-Direktor David Petraeus mit den Worten zitiert, wir werden intelligente Geräte einsetzen, um sie auszuspionieren. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie man es ausdrücken kann. Es ist so, dass wir jetzt an einen Punkt gekommen sind, James, und ich bin sicher, dass du das siehst, an dem sie es immer deutlicher sagen. Es ist eine Art geballte Macht der Kontrollausübenden, die sagen, wir werden Folgendes tun. Und was wollt ihr dagegen tun? Sie fordern uns also fast wie ein Rowdy in der Schule heraus. Was wollt ihr dagegen tun? Wieder einmal sollen wir glauben, dass die Unternehmen, die diese Technologien in koordinierter Weise auf den Markt bringen, zum Wohle der Öffentlichkeit handeln. Dass diese Technologie helfen soll, die Erde zu retten. Und wieder einmal werden wir betrogen. Bei der technokratischen Agenda geht es nicht darum, die Erde zu retten. Es geht nicht darum, der Öffentlichkeit zu helfen. Es geht nicht einmal darum, Geld zu verdienen. Es geht um die vollständige Kontrolle jedes Aspekts unseres täglichen Lebens. Es gibt zwei Ebenen. So wie ich die Technokratie sehe, gibt es zwei Ebenen, die gleichzeitig existieren. Es gibt eine operative Seite, die mit Dingen wie dem intelligenten Stromnetz zu tun hat. Das hat mit Dingen wie verschiedenen technokratischen Innovationen, Überwachung und anderen wichtigen Themen der Technokratie zu tun. Dies sind die operativen Fragen. Aus strategischer Perspektive, von der aus Leute wie die Rockefellers agieren, sieht die Richtung anders aus. Auf operative Ebene steuert es auf eine Wissenschaftsdiktatur zu, und man muss kein Visionär mehr sein, um das zu erkennen. Es ist da. Aber auf strategischer Ebene findet überall auf dem Planeten ein massiver Griff nach den Ressourcen statt. Und wenn ich von einem Griff nach den Ressourcen spreche, dann muss man sich in die Schuhe der Rockefellers, der Bankiers, der Rothschilds hineinversetzen und sagen, was macht man, wenn das Geld nicht mehr da ist? Was macht ihr dann? Was bleibt übrig, wenn man allen Wert aus dem Geldsystem, das man selbst geschaffen hat, abgeschöpft hat? Nun, Sie und ich denken nicht über diese Art von Dingen nach, weil wir nicht so viel Geld haben. Aber diese Leute an der Spitze, besonders die Banker, liegen nachts wach und denken, was kommt nach dem Geld? Was kommt nach dem Geld? Da bin ich mir sicher. Insbesondere die Familie Rockefeller war schon immer eine ressourcenstarke Familie. Darum ging es beim Öl von Anfang an. Es handelte sich um eine Ressource, und sie waren sich darüber im Klaren, dass Energie der wichtigste Faktor in der Welt sein würde und nicht irgendeine andere Ressource. Das haben sie verstanden. Deshalb wollten sie ein Energiemonopol schaffen. Nun, heute, da das Geld ausgeschöpft ist, bleibt nur noch der Griff nach den Ressourcen selbst. Und genau darum geht es bei der nachhaltigen Entwicklung. Es geht darum, die Ressourcen der Welt von dir und mir wegzunehmen. Weg von privaten Unternehmen, die sozusagen nicht Teil der Clique sind, und sie in einen globalen, gemeinsamen Trust einzubringen, der von ihnen zu ihrem eigenen Vorteil verwaltet wird. Das ist in Wirklichkeit nichts anderes als Neo-Freudalismus, bei dem die Ressourcen im Besitz einiger weniger sind und alle anderen mit diesen Ressourcen nur nach deren Gutdünken und Ermessen umgehen können. Die Technokraten und Funktionäre dieser Agenda, wie Hubbard und seine Kollegen in der Technocracy Inc., waren Vorreiter dieser Idee, weil sie glaubten, dass sie, die Technokraten und Ingenieure, in der Lage sein würden, die Probleme der Welt zu lösen. Aber die Oligarchen und Banker, die ihre Ideen finanzierten, taten dies, weil es ihnen helfen würde, die Herrscher eines Systems zu werden, das so perfekt gestaltet sein würde, dass keine Ressource, keine Ware, keine Person außerhalb ihrer Kontrolle liegen würde. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, ist diese technokratische Vision in Reichweite. Und sie wird von einer Öffentlichkeit unterstützt, die glaubt, dass die kohlenstofffreie Zukunft das Ende der Oligarchie bedeutet. Sie könnten sich nicht mehr irren. Zusammenfassung Schlussfolgerung Öl Es ging nie um Öl. Es ging um Kontrolle. Kontrolle über Energie, Produktion und Konsum. Kontrolle über die Ressourcen der Erde. Kontrolle über die Bevölkerung. Kontrolle über die Menschheit selbst. Alles andere, was die Elite anführt, ist nichts weiter als ein Vorwand für das, was sie von Anfang an vorhatte. In Tragedy and Hope 101 erörter ich das Konzept der Elite, die alle bewohnbaren Teile der Welt beherrschen will. Und sie will sich diese Macht nicht sichern, um sie sich dann wieder wegnehmen zu lassen. Also lassen sie sich Vorwände einfallen, die sie sowohl der Öffentlichkeit als auch der politischen Klasse verkaufen können, um ihr Vorhaben zu rechtfertigen. Das müssen sie auch. Ob es sich nun um die Erderwärmungshysterie handelt, oder um Technokratie, ob es um die Agenda 2030 oder um Eugenik geht, Es gibt einen roten Faden, der sich durch all das zieht, und dieser rote Faden ist der Wunsch, ihre Macht zu festigen und sie mit Nachdruck auszuüben. Im Falle der Eugenik geht es um den Wunsch, die ultimative Macht zu festigen und auszuüben, das heißt, die Macht darüber, wer letztendlich leben oder sterben wird, wer von nun an im Genpool existieren darf. Das Bild ist düster. Und es wird noch düsterer durch die Tatsache, dass so viele dem Glauben verfallen sind, dass die ultimative Agenda der Oligarchen, eine Agenda der technokratischen Kontrolle des Mikromanagements unseres täglichen Lebens und letztendlich der Eliminierung des Kanonenfutters aus dem Genpool tatsächlich in ihrem eigenen Interesse ist. Die Oligarchen, die sich hinter ihrem Deckmantel der nachhaltigen Entwicklung und der Postkohlenstoffwirtschaft verstecken, sind ihrem wahren Ziel der totalen Kontrolle näher als je zuvor. Aber wenn die Menschen aus Unkenntnis dieser Agenda zugrunde gehen, dann ist Einsicht der erste Schritt zur Rettung. Es ist schwer, einen Feind zu bekämpfen, den man nicht kennt oder nicht sehen kann. Meiner Meinung nach ist das größte Problem der heutigen Welt, dass die Menschen dieses Problem überhaupt nicht wahrnehmen. Sie haben ihre Spuren so gut verwischt, dass niemand sie sehen kann. Wie kannst du einen Feind bekämpfen, den du nicht kennst? Ich glaube, der berühmte chinesische General Sun Chu hat das schon vor Hunderten von Jahren gesagt. Du kannst keinen Feind bekämpfen, den du nicht kennst. Zuerst müssen wir den Feind erkennen. Nun, Big Oil hat die Welt erobert, weil das Ziel die Monopolisierung aller Ressourcen auf dem Planeten ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss man die Energiebelange der Menschen auf dem Planeten monopolisieren. Aber man muss auch die Nahrung kontrollieren, die eigentliche Energie für die Menschen, deren Energie man kontrollieren will. Wenn man diese beiden Aspekte kontrolliert, die grüne Revolution und die Genrevolution, dann ist man in der Lage, den gesamten Planeten zu kontrollieren, jede seiner Ressourcen und im Grunde die Freiheit für den Rest der Geschichte auszulöschen. Wie Big Oil die Welt eroberte, gibt es bereits als Film. Warum Big Oil die Welt erobert hat, hat mit der Frage zu tun, wie man die Bevölkerung kontrollieren kann. Nicht wegen Geld, denn das sind die Leute, die Geld aus dem Nichts drucken und es uns in Rechnung stellen. Es ist also tatsächlich eine Studie der Macht. Aber warum wollen sie das mit dem Rest von uns machen? Weil sie es konnten. Weil wir es bisher toleriert haben und weil wir nicht genug Widerstand geleistet haben, um es zu stoppen. Das ist also die Situation, in der wir uns heute befinden. Wir müssen uns über die Geschichte informieren, damit wir unseren Kurs für die Zukunft festlegen können, um einen Weg zu finden, der zu geistiger Freiheit, physischer Freiheit und Gerechtigkeit für alle führt. Big Oil, Big Pharma, Gentechnik, die grüne Revolution, die Umweltbewegung, Eugenik, Technokratie. Nicht einer in tausend Menschen kann die historische Entwicklung dieser Ideen im Detail beschreiben oder die Akteure und ihre Agenda, die sie miteinander verbindet. Aber wenn sie diesen Dokumentarfilm gesehen haben, dann sind sie dieser eine unter tausend Menschen. Die Frage ist, was sie mit diesen Informationen tun werden. Während das Streben der Oligarchen nach totaler Kontrolle immer deutlicher wird, fällt es schwer, sich daran zu erinnern, dass alles vor anderthalb Jahrhunderten mit Devil Bill Rockefeller begann, einem zweitklassigen Schlangenölverkäufer, der immer auf der Flucht vor der letzten Gruppe geschädigter war, die er betrogen hatte. In gewisser Weise hat sich, außer dem Ausmaß des Betrugs und der Zahl der Opfer, die auf die Masche hereingefallen sind, nichts geändert. Aber da sie nun wissen, welches Schlangenöl der Öffentlichkeit vorgesetzt wird, ist die einzige Frage, die zählt, werden sie es trinken? Schönen wir den Schönen-Berechnik, die geliebigen, wie es die Stimme verband, von der Norde, von der Bundeskanzinie, von der Forscher kommen für Petroleum, Untertitelung des ZDF für funk, 2017